So meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Gib mal Feuer, Folge Nummer 2. Zu Gast ist heute, ich würde sagen, der deutsche James Brown der Comedy-Szene, der hardest working man in Comedy-Show-Business, Ozan Yaran. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Ja, Ozan, danke schön. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ja, gerne, gerne auf jeden Fall. Ich glaube, du bist doch im ersten Block jetzt dabei. Wir haben letztes Mal jetzt den Felix gehabt, dann kommt jetzt noch der Gio und Flair, wenn alles gut läuft. Und ich wollte einfach, ja, ich wollte einen lockeren Talk, ich wollte einen Rapper haben. Und ich wollte halt auch, Gio kommt noch, bei dem ist komplett gaga alles. Und ich wollte aber auch jemanden, mit dem ich direkt mal so einen Comedy-Nerd-Talk machen kann. Weil wir kennen We Go Way Back. Da bist du bei mir an der richtigen Adresse. Ich weiß, ich weiß. Ich glaube, 2014 waren wir, glaube ich, zusammen bei der Comedy-Club-Talentschmiede. Ja, ja. Genau. Ja, das war noch ein Finale, Alter. Das ist krank. Ich habe letztes Mal mit Felix hier gesessen, wir haben dies aufgezählt. Kannst du aufzählen? Weißt du, wer noch dabei war? Also du, ich. Johnny Armstrong. Den haben wir vergessen noch. Stimmt, Johnny Armstrong auch noch dabei. Vincent Pfefflin. Ja. Eni Sa'amani. Ja. Salim Samatu. Salim Samatu. Wer noch? Boah, es waren noch so zwei deutsche Namen drauf, die auch später dann relativ groß geworden sind. Ich kann mich aber die Namen nicht mehr erinnern. Benny Stark war, glaube ich, noch dabei. Ja. Und gewonnen hatte Vincent Pfefflin, ne? Gewonnen hat Vincent Pfefflin, genau. Und ich weiß noch, also jetzt nicht despektierlich gemeint, aber das war so, ich habe da, das war meine ersten drei Auftritte ever. Ja. Ne, noch nie ein Mikrofon da gehabt. Und durchmarschiert, Vincent Pfefflin, Salim auch. Und dann war, wir drei waren so, weil ich kannte keinen, aber wir kannten uns so, also Vincent kannte mich vom Battle Rap und Salim ist halt Salim so, ein bisschen gebondet. Und dann waren wir drei so, okay, wir drei machen das sowieso. Und dann ist der Salim aber nicht ins Finale gekommen. Ah. Und hat Backstage geweint. Echt? Das weiß ich noch, ja. Ja. Der hat auf dem Boden gesessen und geweint. Und du kennst Salim, der hat schon immer eine geistige Behinderung gehabt, der ist schon immer strange gewesen. Ah. Und dann hat er das aber so mitgenommen, der hat da wirklich geweint. Na. Das weiß ich noch. Warst du im Finale auch dabei? Ne. Ne. Okay. Ich war ja nicht im Finale. Ich war der Erste, der aufgetreten ist. Ja. Und bei mir hat es geklickt, also dieses Licht ist angegangen. Ja. Hinten. Und ich habe das nicht gemerkt, weil damals war noch hinten so eine Polizeisirene, die angegangen ist. Und normalerweise geht die an und bleibt an. Bei mir ist sie einmal aufgeleuchtet und ist ausgegangen. Und ich wusste es nicht. Okay. Und das Hupen, keine Ahnung, was sie da gemacht haben, hat meinen Auftritt beendet. Und hast du vorher schon packt? Weil der Pollack, der hatte ich schon mal in der Scheinbar vor. Ja, ja. Ich hatte schon. Ich hatte schon. 20. Okay. 20, 21. Aber es war in Berlin eigentlich damals, also ich weiß noch, 2016 war ich beim ersten Mad Monkey Room in diesem Nebenraum von dieser Pizzeria. Da war ich dabei. Und vorher, aus Erzählung weiß ich, gab es quasi nur die Scheinbar. Scheinbar Varieté und Kukabura Comedy Club. Oh, Kukabura Comedy Club. Ja, das war schon. Ich meine, du bist da aufgetreten zwischen Jongleuren und Pantomime. Und dann hast du gefragt, also was mache ich hier? Ja, ja. So, und vor mir ist ein Pantomime aufgetreten, nach mir ist ein Jongleur aufgetreten. Wie soll es funktionieren? Boah, das war schon schrecklich, Alter. Ja. Schau dir mal an, wie weit wir sind mit der Comedy, ne? Dass wir vor ein paar Jahren... Ah, nochmal. Es wurde noch nicht mal als eigenständige Kunstform anerkannt, sondern in die Branche Comedy gesteckt. Mhm. Und da war alles. Ja. Da konntest du alles machen. Es gibt sogar einen Künstler, der zieht sich aus auf der Bühne. Ja. Und packt sein Geschlechtsteil. Also ich will es nicht bewerten, die Leute feiern es ab. Aber das war auch Stand-Up. Ja. Vielleicht auch, weil das Geschlechtsteil lustig aussah. Er hat es zwischen die Beine gepackt und hat eine Frau... Aber das ist jetzt eine Fabel-Story, das ist wirklich passiert. Nee, nee. Wo denn? Der tritt heute immer noch auf. Nein, K-Rick macht es. Kenn ich nicht. Auch Stand-Up. Also wirklich guter, 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 guter Künstler. Ja, also wirklich, der ist auch sehr, sehr hart. Harter Künstler. Aber ein guter Künstler. Und der macht das. Aber auf Englisch macht er das? Nee, Deutsch. Der holt sein Ding raus und packt es. Also er hat es früher gemacht. Ich weiß nicht, ob er es noch macht. Aber, hä? Und der ist dann in der Scheinbar so aufgetreten? Nicht in der Scheinbar. Sogar, nee, nicht in Berlin. Der ist kein Berliner. Okay. In Berlin hat er das nicht gemacht. K-Ray. Okay, noch nie gehört, Alter. Aber was ich dazu sagen muss, ist, ich war nämlich letztes Mal beim Hamburger Comedy-Pokal. Da warst du auch schon, ne? Ja. Ja, ja. Genau. Und ich hab halt so früher dieses Ding gehabt, ich will Hamburger Comedy-Pokal. Gibt's auch einen Stuttgarter Comedy-Pokal? Es gibt auf jeden Fall so ein paar renommierte Pokale. Genau. Und da hab ich halt früher schon bescheidigt, ich will unbedingt mal immer da beworben, nicht genommen worden, keine Ahnung warum. Dann hab ich jetzt eine Zusage bekommen und bin da hingefahren und dachte mir, boah, nice, jetzt bin ich ja richtig gut, jetzt kann ich da auch, das ist Preisgeld, ich hab Steuerschulden, Bombe, da kann ich was reißen. Bin da hin, erste Runde gegen, sorry, wir haben uns noch sogar unterhalten, ein homosexueller Comedian, der so ein bisschen jung, war auch vollstieg angezogen mit High Heels und so, haben dann gegen den die Vorrunde gehabt, das gewonnen und dann war Halbfinale und dann hab ich gegen eine Frau im Halbfinal gestanden, machen wir 45 Minuten an meiner Zeit, du gehst das Prozedere und die war einfach, die hat so Polit-Talk gemacht, die war so, wir müssen gegen die AfD und die sind mehr, da hat die sich ans Klavier gesetzt und so gesungen, deswegen ist die Menschheit so wie sie ist und ich hab vorher 45 Minuten halt Punchlines, Lacher, durchgehend gut und sie hat dann halt gesungen und am Backstage war der Moderator so, krass, hast du gewonnen, ne? Ist so, ja, glaub ich auch und dann kam die auch nach hinten, hat sich schon hingesetzt, die war gar nicht ready für das Announcement und dann haben die die einfach als Siegerin verkündet und ich bin so oft, die meint so, was? Ich war auch so, was? Und der Moderator so, hä? Und dann ist die auf die Bühne und dann kam das Publikum halt so, ähm, können wir nicht nachvollziehen, ich so, ich auch nicht, aber gut, ne? Dann ein bisschen Hass gehabt, okay, aber gibt dir diese Second Chance Show, 14 Comedians, 7 Minuten. Und du darfst nicht überziehen? Du darfst nicht überziehen und ich hab meine, wirklich, und ich hab ja relativ lange Setups immer, ich hab meine kürzesten Sachen genommen, 7 Minuten, Mars geschneidert, Patsch, Patsch, Patsch und so von der Bühne, danke Hamburg und yeah! Dann gehen wir danach, äh, gibt's diese Abstimmung, Dezibel, ne? Wird, äh, für wen am lautsten geklatscht wird, dann war irgendwie 98 Dezibel und bei zwei anderen auch noch. Und dann waren wir zu dritt auf der Bühne, 3x98, äh, was machen wir jetzt? Wir müssen nochmal klatschen. Okay, dann nochmal klatschen, war irgendwie dann auch nochmal und dann... Wer war da? Du? Oh, du, Marvin? Marvin Spencer? Marvin Spencer ist direkt ins Finale reingekommen. Da war eine Frau, die hat so einen jugoslawischen Akzent auf der Bühne nachgemacht, ähm, irgendwas mit A im Namen, so eine Blondine, die sah aus, wie aus dem Ei gepellt und hat so auf jugoslawisch von ihrer Muschi erzählt und so ein Lied gesungen auch. Österreicherin? Aus Österreich? Kann sein. Ja, okay. Hast den Namen? Äh, also... Malarita, Migareta, ja, ja, okay, ne blonde Frau? Ja, genau. Ja, okay. Okay, sowas in die Richtung und dann war noch Hendrik von Bülzeshöfen. Kenne ich. Ja, doch, der ist äh, also... Ich hab den auch da nicht erkannt, als ich ihn gesehen hab, aber wir haben wohl schon mal gequatscht und der ist so... Kennst du die Leute, die einfach auch so lustig sind? Und der hat ein gutes Set auch gehabt, war vollkommen fein und wir drei waren da und dann hat die Blonde halt gewonnen und der Veranstalter meinte aber so, komm, wir machen jetzt 3x 250 Euro für Publikumspreis, aber da kam ja auch der Jury. Die Jury kann ja auch noch einen weiterwählen. Da hab ich mir so, okay, dann geht's halt über die Jury. Und die Jury hat dann, den Namen weiß ich auch nicht mehr, jemanden ins Finale gevotet, der vor mir auf der Bühne war und der hat, ich hab das so vielen Leuten schon erzählt, der hat mit Plastik-Endchen jongliert. Der hat sich einen glänzenden, also so einen leuchtenden Karton auf den Kopf gesetzt und Klammer gemacht, also Clowns-Nummer. Und der war dann im Finale. Und danach war, okay, jetzt machen wir noch After-Show-Party. Ich so, okay, machen wir eine After-Show-Party. 4, 5 Bier eingestellt, mich vor die Verantwortlichen gestellt und meinte so, wenn das hier ein Kleinkunstwettbewerb ist, dann müsste er das sagen. Weil wir kommen als Comedians hierhin, wir haben geschriebenes Material, wir haben Punchline-Dichte und wenn ich gegen jemanden verliere, der mit Enten jongliert, ist hart. Und dann waren die aber relativ wortkarg und meinten so, das ist bei uns immer so, der und der, also Felix Lobrecht und der und der sind bei uns alle immer schon rausgeflogen. Ich sag, aber es wäre cool, wenn man es halt vorher wüsste. Weil du nämlich vorhin meintest, damals war es noch eine Zeit, da konnte man sowas noch machen. Aber es gibt leider immer noch Veranstaltungen, wo es immer noch so ist. Ich bin ja auch über die Second Chance Show ins Finale gegangen. Und ich habe in der Vorrunde gegen Starbucks verloren. Die reden nicht mal. Also die sind, die reden nicht mal. Aber ich habe sie im Finale besiegt. Als 45 Minuten, ey, den kompletten Scheiß ausgepackt und dann kommen die, Jong-Lien und das sind internationale Stars. Die treten in Tokio auf, in London und das, ja. Und gegen die habe ich in der Vorrunde verloren. Und im Finale habe ich sie dann besiegt. Aber Second Chance, wie war das? Second Chance war gut. Da bin ich direkt weitergekommen, habe mich an die Zeit gehalten, bin direkt weitergekommen und im Finale habe ich dann gewonnen gehabt. Bist du Erster geworden? Publikum und Jurypreis gewonnen. Bist du Erster gemacht? Ja, ja, aber das war, weiß ich nicht, also ich hatte auch ein starkes Finale. Simon Stäblein war da, Marcel Mann war, glaube ich, auch da. Also war schon ein starkes Finale, aber war halt Glück. Ich hatte einen guten Abend. Aber du hast gegen Comedians konkurriert? Ja, genau. Starbucks wurde dann vierter oder fünfter so und ich hatte, also wir waren hauptsächlich Comedians, ja. Also ich hatte es leichter, weil gegen so einen zu verlieren ist viel leichter, viel leichter gegen den zu verlieren, als gegen Comedian, weil Comedian, weil das ist sowas, also ich will den auch und seine Kunstform nicht drunter reden, um Gottes Willen, alles hat seine Daseinberechtigung, aber das darf nicht in derselben Show stattfinden. Habe ich dir auch gesagt, ja. Das darf nicht passieren, weil das ist erstens abwertend der Kunstform gegenüber, das ist eine ganz andere Branche. Die haben sich darauf berufen, dass sie meinten, es heißt ja nicht Stand-Up-Pokal, Stand-Up-Comedy-Pokal, sondern es heißt Comedy, es muss lustig sein. Ich so, okay, was ist jetzt lustig an einem AfD oder an einem, weiß nicht, Gutmenschen-Vortrag und Tauges-Pianolied ist halt jetzt nicht so lustig, aber gut, was willst du machen? Du warst da, in welchem Jahr? 2017. 2017. Weil was, also viele, die jetzt wahrscheinlich zugucken, kennen den Osan ja wahrscheinlich, du hast wahrscheinlich super viele Leute, die dich erst seit zwei Jahren kennen, ne? Ja, Digga. Das war, das war, das war, meine Story ist so Phönix aus der Asche. Ja. Gehasselt und gehasselt, über Jahre lang gekotzt, Alter, unter Brücken gepennt, am Bahnhof gepennt, Scheiße gefressen, wie sonst kein anderer. Alles gemacht, alles gemacht, sogar Fernsehauftritte gemacht, nichts hat gezündet. Ich habe, ich erinnere mich an eine Story, da bin ich... Aber die Leute denken jetzt so, bohu, er hat Fernsehauftritte gemacht, was ist denn daran so schlimm? Da verdient man noch Geld und ist im Fernsehen, aber... Na, 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 der springende Punkt ist ja, äh, klar, verdienst du Geld, also du, natürlich, ich will mich auch nicht selbst mitleihen, um Gottes Willen, mir geht es sehr, sehr gut so, äh, Karriere läuft auch super, aber wenn niemand in deine Soloshows kommt, was nützt dann einmal 2000 Euro verdienen für einen Fernsehauftritt? Fernsehen hast du viermal im Jahr, gut, hast du 8000 Euro fürs gesamte Jahr, gut, sieh zu, wie du über die Runden kommst. Du musst Touren spielen, ja. Ein Comedian, Stand-up Comedian verdient über Soloauftritte. Dadurch finanziert er, äh, seinen Lebensunterhalt, da, damit kann er sich einen gewissen Standard aufbauen. Und ich hatte, du musst dir das so vorstellen, ich bin bei Nur im Ersten aufgetreten. Dieter Nuhr. Genau. Und am nächsten Tag hatte ich in Düsseldorf im Tackelgarn 70 Leute, habe ich nicht vollbekommen, und habe im Foyer vor zwölf Leuten gespielt. Und da dachte ich, und mein erster Satz damals auf der Bühne war, Freunde, versteht mich nicht falsch, aber ich habe mich zu Hause von mehr Menschen verabschiedet. Ja. So. Und ich bin vor zwölf Leuten im Foyer aufgetreten, ach, war ein guter Auftritt. Die zwölf Leute waren krass. Weiß dran sind die auch. Die sind dann auch geil. Die sind super, wow, hat auch Spaß gemacht. Aber, Digga, vor zwölf Leuten 700 Kilometer, und sowas hatte ich ja nicht nur einmal. Ich weiß. Ich meine, du musst dir halt vorstellen, ich tritt beim RTL Comedy Grand Prix auf, legt einen super Auftritt hin, und nächste Woche in Hamburg sind 40 Leute in meinem Solo. Was denkst du, wann das liegt? Gute Frage, ne? Soll ich dir mein Take sagen? Ja. Man kann sich dich nicht merken. Das ja, glaube ich. Du bist zu unbesonders. Ja, glaube ich auch. Ist auch so. Weil wir haben eben drüber geredet, genau wie beim Rap. Du hast eben noch, wir haben eben drüber geredet, ein bisschen über Battle Rap, und da meinst du so, wie kann Lars nicht erfolgreicher sein? Lars ist nicht, weil es nicht darum geht, wer ist der beste Rapper, sondern wer hat das geilste Gesamtpaket? Ja, Mann. Wer ist interessant? Wer sieht so aus? Wer hat eine Story? Wen kann man sich merken? Wer hat Quotables? Niemand, der dich jemals live gesehen hat, wird bestreiten, dass du ein super Comedian bist. Aber, es gehört ja mehr dazu, dass die Leute sich dich merken und sich denken, der ist cool oder der ist so, oder der hat irgendwas Greifbares. Ist so, ist so. Ich meine, ich habe immer wieder gesagt, es gab immer wieder Taktiken, mich interessanter zu gestalten. Immer wieder. Es gab, oh Gott, wenn ich da an meine alte Agentur denke, wie können wir den dann interessanter gestalten? So, zieh doch mal eine rote Jacke an oder dreh doch mal die Käppi um. Und ich denke mir, Leute, ich bin Familienvater. Du hast es gemacht und das ist auch nicht so. Ich habe es gemacht, Mann. Ich habe jeden Scheiß gemacht. Ich weiß noch, mit Käppi umgerät. So nicht du. Ich erinnere mich an mein Tourplakat, wie ich durch so eine Schublade krache mit der Überschrift Schublade kaputt. Oh mein Gott. Oder einmal sollte ein Solo von mir Friede, Freude, Eirankuchen heißen. Aber das ist ein Veto eingelegt. Ja, ich habe gesagt, weiß ich nicht. Bis hierhin und nicht weiter. Ich habe halt gesagt, ey, wenn es nicht klappt, dann muss ich halt aufhören. Was soll ich machen? Ich muss eine Familie ernähren. Und dann, also Samuel, ohne ich heiße mal, wir haben viele, viele Taktiken ausprobiert. Es ist halt, es geht halt leider, leider, es geht halt nicht nur um Qualität. Also es ist nun mal so. Du brauchst einen Wiedererkennungswert, die Leute müssen dich erkennen. Aber dann habe ich mir während der Pandemie gesagt, dann ballere ich jetzt 10.000 Videos ins Netz, bis ich den Leuten im Gedächtnis bleibe. Ja. 10.000 Videos und ich zeige, da ist Qualität, der ist gut. Und Corona hat mir einen Arschtritt gegeben, weil ich habe, also während der Corona-Zeit habe ich eine Sache realisiert. Warte ganz kurz, ich will nicht unterbrechen, obwohl ich unterbreche. So, ein Wunderschön, meine Lieben. Diese Folge, Gebt mal Feuer, ist gesponsert von AG1. AG1 ist ein Nahrungsergänzungsmittel und ich brauche jetzt keine auf Experten zu machen. Ihr kennt mich, aber ihr wisst auch, glaube ich, alle, dass Vitamine gut für den Körper sind. Für die Empfindlichen unter euch, kein Gluten, keine Milch, keine Erdnüsse. Ich habe jetzt AG1 seit 4, 5 Wochen in meinen Alltag eingebaut. Das heißt, morgens aufstehen, also Künstler morgen, 11, 12 Uhr. Wasser, ein Scoop rein, shapen, trinken, schmeckt vernünftig, ist Bombe. Was ich euch sagen kann, ist auf jeden Fall, dass es hilft, bei der Konzentrationsfähigkeit. Gerade für mich jetzt wichtig als Comedian, wenn ich mein neues Programm schreibe, was jetzt gerade der Fall ist oder wenn ich an einem neuen Battle arbeite. Und was fast noch viel wichtiger ist, diese Grundmüdigkeit lässt einfach nach. Also ich kann jetzt meiner Tochter wirklich zwei Seiten aus einem Märchenbuch vorlesen, ohne dabei direkt selber einzuratzen. Deswegen checkt die Seite ab, drinkag1.com slash gib mal Feuer. Bei Abschluss eines monatlichen Abos gibt es einen Jahresvorrat an Vitamin D3, K2 und fünf Travel Packs gratis im Wert von 41 Euro dazu. Checkt die Seite ab, jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Weil du schon zu sehr springst, weil ich will nämlich, weil ich, wenn ich mit, also ich glaube, dein Name ist der, den ich am meisten in den Mund nehme, wenn ich mit, ich sag den Namen auch immer im Solo, du bist einmal in einem Set von mir bist du drin, wo ich halt, wie ist das nochmal genau, da geht's darum, dass ich ungebildet bin und da kommt man in so ein KZ-Bit von so einer KZ-Sekretärin ein, womit du natürlich nichts zu tun hast, das ist alles mein Ding. Aber das Intro ist so, ich bin sehr ungebildet und ich bin halt jetzt auf Tour und ich hab keine Erfahrung gehabt, deswegen hab ich einen geschätzten Comedy-Kollegen, Ozan Yaran, sehr guter Comedian und da sind schon voll viele im Publikum so, kenn ich, kenn ich. Und da sagst du, ich hab ihn halt gefragt, weil er sehr erfahren ist, Ozan, was kann ich denn machen? Und der Ozan meinte halt zu mir, guck mal, du musst dich auch ein bisschen mehr bilden. Du weißt, Hälfte ist Wahrheit, Hälfte ist natürlich gelogen, hast du natürlich nicht gesagt, aber ich hab dich vorher nach Tipps gefragt. Das in die Show, das in das Ding mit eingebaut, weil du kommst so oft bei mir vor, weil ich halt immer wieder die jungen Comedians und so erzähle, die dann zu mir kommen und sagen so, wie hast du das gemacht, sagst du, wie ich das gemacht hab, war Amok. Das ist kein normaler Weg. Ich hab Better Rap nebenbei gemacht, ich hab meine ersten, meine ersten fünf Auftritte waren Quatsch, Comedy-Tube-Talentschmiede und Nightwash-Talent-Award. Das sollte man nicht machen. So, dann erzähle ich immer wieder davon, weil was du erzählt hast, hat mir voll viel gebracht für dich aus negativer Sicht, aber jetzt kannst du auch drüber lachen, aber ich hab dich ja gefragt, ich wollte von dir wissen, was kann Schlimmes passieren und dann hast du halt von diesen Trips erzählt, wo du da wirklich in, keine Ahnung, in Glauchau, Dachau, du hast ja Ochsentouren gemacht ohne Ende, wie du schon gesagt hast, vor acht Leuten, vor 300er Saal, vor 50, das braucht dich für mich zum Wissen, um zu wissen, okay, wenn der das auch gemacht hat, dann kann mir das auch passieren. Ja, ja, es ist, also es erdet dich irgendwo, ich bin, also wirklich, äh, ich sollte den Erfolg, den ich jetzt habe, definitiv mehr genießen, ja, weil, äh, weil ich nicht mal ein Prozent davon hatte, ich hatte, ich hatte, also ich bin, erzähl bitte, erzähl bitte von deinen ersten Jahren, Alter, und es waren Jahre, und es waren mehrere Touren, ich hätte schon längst gesagt, weißt du was, fickt euch alle, ich höre jetzt auf, wo ist der nächste Lidl? Das ist, das ist der springende Punkt, in dieser gesamten Zeit, habe ich nicht einmal ans Aufhören gedacht, ne, ich habe nicht einmal mit dem Gedanken gespielt, ey, es geht nicht mehr. Okay, aber, zwei Optionen, wenn du gedacht hast, nein Mann, ich bin zu gut, das musst du irgendwann erfolgreich werden, oder, aufgeben ist keine Option, einfach so generell, weil Eltern einem was gesagt haben. Beides, beides, weil bei mir war einfach so, ey, es kann doch nicht sein, es kann doch nicht sein, dass Qualität sich nicht durchsetzen, das war mein Gedanke, es kann doch nicht sein, ich kann doch nicht auftreten, die Leute so heftig zum Lachen bringen, und am Hungerstuch nagen, das geht doch nicht, das muss ich doch irgendwie zu Geld machen, ich bin ein ambitionierter Schreiber, Performer, das muss doch irgendwie realisierbar sein, und der zweite Gedanke war, ich habe noch nie in meinem Leben aufgegeben, ich habe das nie getan, das bin ich nicht, wenn ich etwas wollte, habe ich es mir genommen, egal was kommt, egal was passiert, allen Widrigkeiten getrotzt, und mir es genommen, egal wie unmöglich es erschien, aber es gab auch hunderte Sachen, wo ich dachte, ich möchte sie, und in der Mitte gemerkt habe, ey, das ist doch nicht meins, und dann habe ich es sofort aufgegeben. Oder du sagst es einfach so, obwohl das Verkapptes aufgeben, ich habe gemerkt, ich möchte es nicht. Ne, ich dachte immer, wenn es, also ich habe immer ein Beispiel, wenn es zu schwer, zum Beispiel, ich habe halt Fachabitur angefangen, Fachabitur, nee, Abitur, über Fernstudium, weil ich wollte zum Beispiel, wie fing er das denn an, nachholen oder was? ILS, ja, ILS, Institut für Lernsysteme, kannst du dein Abitur nachholen, aber musst halt alles von zu Hause aus lernen, kriegst alles zugeschickt, kannst alles erlernen, dies, das und so. Und irgendwann, als ich frisch verheiratet war, da war ich halt sehr ambitioniert, ich wollte meiner Familie etwas bieten, ich war Verkäufer bei Lidl und dann habe ich gesagt, ey, ich kann Abitur nachholen, ich kann Betriebswirtschaftslehre studieren und ich kann Verkaufsleiter bei Lidl werden, also 70.000 Euro brutto im Monat, ey, tolles Geld. Brutto im Jahr. Ja, genau, kann ich gut mitleben. Habe ich angefangen und irgendwann in der Mitte habe ich gemerkt, ey, das ist voll schwer. Und dann habe ich mir wahrscheinlich selber eingeredet, bin ich doch nicht. Vielleicht ist das doch nichts für mich. Ja. Das habe ich, aber Comedy hat einfach zu viel Spaß gemacht. Ja. Also es hat einfach zu, ich liebe es, ein Bit zu entwickeln. Ja. Das ist für mich, guck mal, ich habe, ich gebe dir ein Beispiel, ich habe Admiralspalast, 1600 Leute, ausverkauft, Show, mega. Tempodrom für Tvoraus. Schon ausverkauft für 1.6.? Äh, nee, noch nicht, noch nicht, aber wir stehen davor. Ja, Tempodrom, 1.6., 2500, 2600 Leute, ich freue mich. Also, wann ist, äh, Admiralspalast ist wann? Habe ich schon gespielt, 27.10. Okay, war voll. War voll. Äh, zweimal Wühlmäuse, beide voll. Okay. Und du musst dir das vorstellen, das ist jetzt in Berlin meine fünfte Show, mit diesem Soloprogramm, im Tempodrom. Locations mit 500.000 plus. Genau. Ja. Also, das ist die fünfte Show, ich habe, äh, Tempodrom in Kleiner Arena gespielt. Ja. Dieses Programm, dann habe ich zweimal Wühlmäuse, dieses Programm gespielt, einmal Admiralspalast, dieses Programm, und jetzt spiele ich noch mal das Tourfinale dieser Show im Tempodrom in der großen Arena. Okay. Und alle Shows waren ausverkauft. Hast du, ähm, abgesehen von den 3.000, 4.000 Leuten oder 5.000 Leuten insgesamt, oder 6.000 wahrscheinlich sogar, die da hinkommen, hast du Wiederholungstäter? Immer. Ja? Immer. Okay. Ich habe immer Wiederholungstäter. Wo ich mir, natürlich freut es mich, dass diese Leute kommen und mich unterstützen und mit mir den Abend verbringen. Ich weiß das sehr zu schätzen, aber ich betrachte das halt immer genauso wie du aus Comedy-Sicht. Zweischneidiges Schwert, ja. Du kennst doch die Witz. Ja. Warum bist du da? Natürlich freut es mich. Das ist ein Riesenkompliment. Das ist ein Riesenkompliment. Genau. Die betrachten das anders. Ja. Die freuen sich dann vielleicht auf die Interaktion, die immer ein bisschen anders ist oder sehen die Witz halt. In Deutschland ist das einzige Land, wo du diesen, ja, oh, jetzt bringt er den Witz. Jetzt bringt er diesen Schenkelkopf. Ja, ja. Jetzt bringt er den Witz. Pass auf, der ist gut. Der ist gut, ja. In Amerika würden sie dir die Hand dafür brechen. Weil sie den Witz. Das hast du schon. Ja. Ja. Jetzt bring was anderes. Ja, klar. Ich zahle nicht zweimal für den selben Schwachsinn. Ja. Aber in Deutschland, und das ist natürlich gut für uns, Ja. Weil die Leute halt immer wiederkommen und es schätzen und ich bin auch dankbar diesen Leuten, dass sie wieder da sind. Und ich liebe es aus tiefstem Herzen. Mir geht da richtig einer ab, wenn ich ab September mein neues Programm präsentieren kann. Ja, glaube ich, glaube ich. Weil da ist nichts hochgeladen. Ja. Ich bleibe, ich lade Interaktion hoch, aber da ist alles neu und ich habe halt wirklich kranken Scheiß vorbereitet, wo ich wirklich auch ein bisschen politischer werde. Ich gehe mit der AfD hart ins Gericht. Okay, das ist low-hanging fruits, das ist easy going, das kann man machen. Ja, aber ich gehe halt richtig tief in die Materie. Aber da kann man auch nicht tief genug reingehen, weil das ist ja das, also dein Publikum bietet das dir auch an. Das ist jetzt kein Risiko. Ja, ja, ja. Aber auch Ampelregierung und so kriegt auch nicht was auf. Okay. So, also es wird natürlich immer noch, die Endnote wird natürlich immer noch Schwachsinn sein, nicht so Kabarett und so ernste Gedanken so. Ich rede halt darüber, dass Politiker ihre Differenzen im Boxring klären sollen. Soll ich dir was sagen, abgesehen davon, dass es ein nicer Gedanke ist, du bist, ich glaube, ich weiß nicht, ob du die Vergangenheit so sehr abgehakt hast, dass du immer wieder in diese schöne Gegenwart kommst, aber lass uns mal bei der Schelling-Vergangenheit reden. Ich will Fail-Stories. Ich will diese Fail-Stories, weil es wahrscheinlich gucken viele Comedians das oder viele Leute, die dich jetzt auf dem Schirm haben, die sich denken, das ist ja, da kommen auch noch später zu, muss ich mal daran erinnern, dieser Crowdwork-Faktor, wo auch viel verhunzt wird. Viele Leute, die ich jetzt erkenne, denken so, ah, okay, das ist ja der von TikTok oder Instagram und so, der macht hier diese Hallen, aber die wissen nicht, dass du Ochsen-Touren gemacht hast und Minus gemacht hast und für die Scheiße geblutet geblutet hast. Ja, ich habe halt Ende 2013 angefangen, so, 2005, 2014 war man ja schon Talent-Schmiede und ja. Warum hast du überhaupt angefangen? Na, ich war ja Lidl-Angestellter und ich habe mir halt gesagt, Digga, auf Dauer kannst du das nicht machen, weil da ist dein Körper kaputt. Ja, weil Lidl, Wegen Einräumen? Alles Einräumen, Schichtpläne, Stress, der ist krank. Supermarkt ist anstrengend? Das war der anstrengendste Job, den ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Okay. Vor allen Dingen Filialeiter später, der anstrengendste Job und Respekt an jeden Menschen im Einzelhandel, dieser Job ist so krank hart, ey. Ich wollte, ich wollte, ich werde übrigens öfter unterbrechen heute wegen, Ja, mach mal alles, aber es ist nur Interesse. Ich wollte auch unbedingt Leute haben, die so Berufe haben, wo man was rausholen kann und ich war bei mir im Netto, weil ich sehe, was die da durchmachen. Ja, Mann. Ist hart. Digga, Netto im Brennpunkt ist kein Spaß. Und ich habe die Filialeiterin, die hat sich, ich weiß ganz genau, die ist seit zehn Jahren da, die hat erstmal in der Kasse gearbeitet, jetzt schickt die Leute durch die Gegend, ist so, hättest du eventuell Bock? Die meint so, boah, Kameras, nee, aber wir haben ja so einen Kassierer, der wird eventuell aber auch nicht, find mal jemanden, der daherkommt, aber auch vor der Kamera irgendwie erzählen kann, weil ich finde, das ist so interessant. Ja, das war halt, Lidl war halt immer, also Lidl war für mich ein geiler, geiler Arbeitgeber, weil die Arbeit hat mich extrem geformt, weil viele Leute sagen jetzt, Ossan ist total fleißig und Ossan ist einer der Fleißigsten, sagt jeder, den ich kenne, ich bin denen auch sehr dankbar dafür, aber ich glaube halt einfach, dass Comedians grundsätzlich fall sind. Ja, also ich kenne, Samuel, wenn ich acht Stunden am Tag schreibe und arbeite, ist ein normaler Arbeitstag, Digga. Das ist ein normaler Arbeitstag. Ich bin auch der Faulste. Ja, 80 Prozent der Menschheit, also vor allen Dingen in diesen Industrieländern, gehen acht Stunden am Tag arbeiten. Ja, und du hast ja nicht mehr Arbeit. Ja, genau. Die Gedanken machen schöne Geschichten. Du läufst ein bisschen rum, lach dich selber, schlau über deine Witze. Ja, das ist eine kleine Notiz. Acht Stunden am Tag, so. Das ist für 99 Prozent, boah, der arbeitet aber viel. Nein, Digga, das ist ein Arbeitstag. Ja. Und das hat natürlich extrem geformt, ne? Also ich habe angefangen als Verkäufer, drei Tage in der Woche gearbeitet, drei, vier Tage. Aber nennen wir das bei Lidl auch Verkäufer? Ja, ja. Du verkaufst da gar nichts? Na, du warst halt Kassierer, Kassierer. Okay. Kassierer. Ja. Und, also wie die es mittlerweile nennen, weiß ich nicht. Aber das ist schon hart, weil du packst ja eh aus, dann sagst du nicht, na und, jetzt die Äpfel, die sie eh schon haben wollen. Ja, das war schon krank hart, Alter. Wenn ich mir vorstelle so, dann hattest du... Du musst so eine Selbstbeherrschung haben. Kassierleister. Da stehen behinderte Menschen vor dir und so hatten dich gepiept oder irgendwie so eine Scheiße oder... Und dann, du hast Kasse 2 geschlossen. Und dann stellen sie sich da wieder an. Ich sag, Kasse 2 ist geschlossen. Irgendwie ist doch dran. Und ich denke, Digga, ich hab seit zehn Minuten Feierabend, Alter. Hau mal, verpiss dich mal. Rot ist ja für nicht... Ja. Und dann weiß ich nichts. Dann, keine Ahnung, Sprachbarrieren hatte ich auch voll oft. In meiner ersten Woche kam eine nette ausländische Mutter zu mir, zeigt mir ein Ei hoch und fragt mich, wo ist die Mutter? Und ich sag, was für eine Mutter? Und ich so, und ich war total überfordert. Meine erste Woche total überfordert. Sie hat Hähnchenbrust gesucht. Gleich. Und sie fragt mich, wo Mutter? Nein, aber das ist eine Comedy-Nummer. Ist keine... Nee, wahre Geschichte. Oh, wahre Geschichte. Wo kam die Frau her? Syrien. Also das war eine Stammkundin, die kam dann... Also die war halt jede Woche da. In meiner ersten Woche war ich total... Die ist da versteckte Kameradikon Deutsch. Ich weiß nicht. Sie hat halt ein Ei gezeigt und sagt, wo Mutter, Mutter. Und ich so, ich schwörs dir, wahre Geschichte und ich bring die nicht mal auf der Bühne. Die liegt im Gülschrank. Ich so, ich weiß nicht, keine Ahnung wer. Und dann ist ein Kollege zu mir gekommen, Herren, die sucht Hähnchenbrust, die sucht Hähnchenfleisch. Dann habe ich sie halt hingebracht und an die Fleischstegung gesagt, da, Mutter. Das ist krass. So eine Sache. Und dann hat jemand einmal an die Kasse gekackt. Das auch... Das geht ja gar nicht. Wie lange war die Schlange, dass jemand da... Nein, der Typ, der war auf Pillen. Also der war 100 Pro... Er ist rausgelaufen. Weil meine Filiale war ja Spandau-Lünastraße. Also die Gegend ist... Spandau reicht schon. Also ja... Es ist schon eine kranke Gegend. Also Lünastraße war schon schlimm. Und der hat halt Pillen geschluckt und so. Und der ist halt... Und dann hat... Der ist halt rein, Hose runter und hat an die Kasse gekackt. So. Und... Hat der wenigstens noch was gekauft? Nee, Red Bull-Dose hat der. Okay. Und ich wusste halt nicht, was ich machen soll. Ich habe meinen Verkaufsleiter angerufen. Er kauft, ich schwere ihn bei Gott. Hier kackt jemand an die Kasse. Und er so... Halten Sie es auf. Und ich so... Wie zum Teufel soll ich jemanden aufhalten, der an die Kasse kackt, Alter? Was soll ich denn noch machen? Das wird ja auch nicht fest gewesen. Ja. Ja, da kann jeder Griff im wahrsten Sinne des Wortes in die Hose gehen. Da kann ich doch nicht auf... Was soll ich denn machen? Ich fasse den doch nicht an, so. Natürlich nicht. Ja, und dann hatten wir halt Azubi weggemacht. Er muss... Ich wollte gerade sagen, wer macht die Scheiße weg? Aber natürlich Azubi. Azubi. Und dann Überfälle hatten wir auch mit Ski-Masten und so. Haben wir alles gehabt, so. Und das waren halt so... Also es waren halt Zeiten... Also ich muss eine Sache wirklich sagen und ich muss da ganz klack... Lidl war für mich wirklich, wirklich ein guter Arbeitgeber. Lidl hat mir sehr viel gegeben. Und eine harte Schule, auch unfallig eine harte Schule. wirklich auch Lektionen fürs Leben. Gut bezahlt, fair bezahlt. Lidl verlangt aber auch viel, weil die arbeiten nach dem Leistungsprinzip. Also wenig Mitarbeiter, viel... Aber wie misst man Leistungsprinzip an der Kasse? Nach den Artikeln, die du in der Sekunde scannst, in der Minute scannst. Das ist wirklich so. Also ich weiß... Mittlerweile nicht. Mittlerweile sind sie alle ein bisschen sozialer geworden. Damals war es bei mir halt so, war Richtlinie so 42... Also zu meiner Zeit... Das weißt du noch, natürlich. 42 Artikel pro Minute. 42 pro Minute, das sind so 1,3, 1,5 Sekunden. Ja, und ich war halt immer bei 48. Und um schneller zu sein, bin ich aufgestanden und hab im Stehen kassiert. Dann haben die irgendwann gesagt, hast du Hämorrhoid, warum stehst du da? Und ich so, ja, Digga, Leistung. Und dann musste ich halt... Ist das geil. Und dann gab es halt Paletten, die bis zu einer gewissen Zeit abgepackt werden mussten. Ich musste an die Kasse abkassieren, abkassieren und dann Kasse zu, raus, Paletten weiter abpacken. Und dann Kasse 2 klingelt, weil 2 plus 1. Wenn zwei Kunden da stehen und der dritte rankommt, muss eine zweite Kasse aufmachen. Wie lange hast du Pause? Halbe Stunde, Stunde? Halbe Stunde, 45 Minuten. In der Schicht? Acht-Stunden-Schicht? Ja. Dreiviertelstunde Pause? Halbe Stunde bis dreiviertelstunde. Das ist nicht gut, Alter. Ja, so Lidl hat mich halt wirklich... Also, die haben mich schon gut geformt. Der war auch ein guter Arbeitgeber. Und dann hab ich mir halt gesagt, so 2013 Ende, Digga, kann ich nicht Leben lang machen, man, bist du körperlich kaputt, so. Aber wie kommst du dann auf? Ich war immer schon Comedy-Fan. Ich war früher, hab ich halt... Ich bin halt aufgewachsen mit Was guckst du und so. Okay. Ich hab das halt voll gefeiert. Ich hab das geguckt. Habt ihr den Jahrgang? 86. 86, mhm. Und ich war halt immer... Comedy hab ich immer gemocht, so ich mochte es zu lachen, so. Aber weißt ja, damals kennst du ja halt nur die... Es gab nur Quatsch-Comic-Club, Mittermeier, Was guckst du? Wochenshow. Ja, Wochenshow hab ich gefeiert. Bastia, Bastewka, Engelke, ja. Und dann hab ich irgendwann mal gedacht, ja, was gibt's denn so? Wie wird man denn Komiker? Wie ist Kaya ja nah geworden? Ja. Dann hab ich gegoogelt, es gibt halt Open Stages, du kannst eine Open Stage. Das ist die Erstehungsgeschichte. Geil. Ja, hab ich halt gegoogelt, was gibt's da so? Und dann hatte ich meinen allerersten Auftritt Ende 2013 in der Scheinbar-Varieté. Okay, Scheinbar-Varieté, wer es nicht kennt, ist sehr, sehr klein. Ja. Sehr, sehr miefig. Ja. Ich hätte da auch mal auftreten sollen, dachte mir aber so, mach ich nicht. Ich bin... Und weißt du, was ist geil, oder? Damals wusste ich ja nicht, dass man mit eigenen geschriebenen Jokes auftreten muss. Wusste ich nicht. Ja. Ich vollidiot, hab halt Witze zusammengetrommelt aus der Familie, hab ein bisschen was geschrieben und der erste Witz... Aber Familie geht, ja. Familie geht, aber der... Dann hab ich einen Witz aus dem Netz gebracht. Das war der erste Witz jemals in meinem Leben, der überhaupt Lacher bekommen hat. Ja. Und das war ein homophober Witz damals. Erzähl mal. Den darfst du heute auf der Bühne nicht mehr bringen. Damals ging er voll klar. Damals hatten die Leute keinen Stress damit. Okay. Und das war ein Facebook-Witz, den ich gebracht habe. Wie denn der? Äh, sitzen... Darf ich das einfach so... Ja, klar, natürlich. Ja, okay. Sitzen zwei Schwule auf der Parkbank. Ja. Sagt der eine zu dem anderen, du, mir ist gestern das Kondom geplatzt. Im Ernst? Nee, im Dirk. Okay. Und der ist sogar noch schlechter. Ja, die Leute haben gelacht. Die Leute haben gelacht. Ja, scheinbar war jetzt. Ja, klar. Der ist voll gefeuert. Und ich dachte mir... Und im Nachhinein hat mich dann Johnny Armstrong aufgeklärt. Ey, wenn man sich jetzt mal vorstellt, wie du da vor 3000 Menschen stehst und patsch, 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 Crowdwork, Crowdwork. Wenn ich mir vorstelle, wie du vor 20 Leuten stehst, du sagst, sitzen zwei Schwule auf der Parkbank. Im Ernst? Nee, im Dirk. Und die Leute sagen, was ist das für ein Weg? Was ist das für ein Weg? Ja, das ist krank, Alter. Also, der Weg ist halt einfach nur kranke, kontinuierliche, konstante Arbeit. Ja, und aber auch Weiterentwicklung, weil du hast ja damals offensichtlich einen Misthumor gehabt. Ja, Drecksumor. Dass du das lustig fandst? Ich hatte richtig Scheißhumor. Ja. Ich hab halt so Planet der Affenwitze mit meinen Eltern und so. Die flacheste Scheiße. Ja, ich hab halt Planet, ich hab halt, ich hab, was hab ich, ich hab ne, sowas würde ich jetzt niemals bringen. Ich schäbe mich quasi dafür. Ich hab halt gesagt, ich hab ein Hochzeitsvideo meiner Eltern geguckt und dann hab ich Planet der Affen geguckt. Und dann hab ich die Videos verwechselt und so eine Scheiße gebracht. So richtig kranke, ekelhafte, rassistische, Drecksscheiße, wo ich sage, ey, Alter, wie konnte ich sowas bringen? Wie konnte ich so? Und die Leute haben gelacht. Damals war halt alles so voll in Ordnung und Rassismus, diskriminierende Scheiße, alles vollkommen in Ordnung so. Mittlerweile bin ich froh, dass es halt nicht mehr so ist. Du kannst immer noch alles bringen, aber alles braucht einen Kontext, alles braucht eine Haltung und es muss gut aufgearbeitet sein. Das, was ich damals gebracht hab, du hast, jeder Comedian am Anfang seiner Karriere bedient sich dem leichtesten Zugang von Humor. den leichtesten Zugang. Ich habe gesucht, was kann ich machen? Ey, meine Eltern sind doch lustig. Meine Mutter hat einen Schnurrbart, hat sie nicht, aber es ist lustig, dass sie einen hat. Mein Vater, Türke, ich mich groß muss, nehmen wir halt das, bringen es auf die Bühne. Und das war jetzt mittlerweile ganz anders. Also wenn ich sehe, wie ich jetzt arbeite und wie ich damals, was ich damals gemacht hab, da denk ich mir, Digga, wie hast du das? Warum schämst du dich? Ja. Ja, aber als ich dich kennengelernt hab, warst du ja schon, das ging ja relativ schnell bei dir, dass die Sachen gut wurden. Ja, ja. Also ich weiß ja, ich war, meine Ex-Frau war es 2018 bei dir, in so einem Tryout-Solo-Programm, in diesem Abte, heißt das Abte-Fisch? Wie heißt das, dieser Fischladen? Max Fisch. Max Fisch. Rosenthaler. Ja, ja, Max Fisch. Da, da waren zwölf Leute. Ja. Ich und meine Frau, wir wären so. Und das ist übrigens auch, der Abend ist einer der Gründe, warum ich Leuten sage, wenn, du kennst ja, du kriegst immer Feedback zu anderen Comedians. Ungefragt gefragt. Und sagst, oh, San, ich weiß nicht, das ist Crowdmaison. Nein, Mann, der ist der, lass mich jetzt gut überlegen, mit Fabi Rommel, der Einzige, der, äh, diese, diese Reel-Rotze macht, ich nenne es jetzt Reel-Rotze, diese Schwämme, und Fabi Rommel macht keine Rotze, aber ich meine Rotze im Sinne von, du überschwemmst alles mit Reels. Und die das aber noch toppen auf der Bühne. Ja, ja. So, und ich meine so, guck mal, Ozan, Yarat hat nicht meinen Humor, das ist nicht böse, das ist nicht rassistisch, aber ich musste eine Stunde lang lachen, weil es so gut geschrieben und performt ist. Und das sage ich den Leuten immer, und das ist der Abendweiner der Gründe. Das ist halt auch das mit den Reels, ne? Ich hab halt, guck mal, wenn du meine Comedy-Ethik, du kennst mich, du kennst mich länger als die meisten Comedians. Und ich sag, wenn du meine, du kennst meine Ethik, ich würde niemals, also wenn es anders funktionieren würde, das Netz jeden Tag internationär mit Videos zu machen. Du musst es. Ich hab sonst keine Karriere. Wie soll ich meine Familie ernähren? Ja, du musst es. Für mich hat sich die Frage gestellt, entweder, ich baller jetzt drauf los, koste es was, weil ich bin, ich liebe Comedy, ich liebe hochwertige Kunst, und ich will das den Menschen auch präsentieren, ohne dass sie es vorher jemals gehört haben. Aber ich hätte keine Karriere. Ich könnte meine Familie nicht ernähren, ich könnte meine Miete nicht zahlen, weil was soll ich da machen? Soll ich bis zur Rente vor zwölf Leuten tingeln? Ich weiß, und ich weiß noch, ich hab dir mal so einen hochdotierten Job besorgt, bei so dieses Gaming-Ding, weißt du noch? Ja, ja, ja. Und da hab ich von irgendeinem, ich weiß nicht, ob du es mir selber erzählt hast, aber das ist ja da noch wichtiges Geld gewesen. Ja, das war super wichtig. Und jetzt heute so in der Recherche, ich hab null recherchiert, ich hab nur geguckt, wie es bei Instagram, weil ich, ich weiß gar nicht, ob ich dir, doch, ich folge dir, aber ich hab nicht geguckt auf die Follower und hab dann gesehen, es sind einfach 320.000. Ich dachte mir so, okay, was zum Fick ist da denn passiert? Weil, wir kommen auch gleich zum Erfolg, aber du windest dich drumherum, ich brauche noch ein paar Fail-Stories. Fail-Stories, erzähl ich dir. Also ganz schlimme Dörfer, wo du warst. Ah, ja. Also das Schlimmste, was ich gemacht habe, ich bin auf einem Comedy-Boot aufgetreten. Das war richtig schlimm. Das war so, oh Gott, das war so gut, weil ich hab so gehofft. Hieß das aber auch Comedy-Boot? Ja, hieß Comedy-Boot. Sehr schön. Und ich hab echt so gehofft, dass da ein Eisberg kommt und wir runtergehen. Wo war das? In Hamburg. In Hamburg? Ja. Warum ist das eigentlich eine coole Stadt? Geile Stadt, aber Boot war halt scheiße. Leute? Du bist wirklich aufs Boot und da saßen halt Herberts und Siglindes und Sibyllis und die haben halt und dann bin ich halt dort aufgetreten im Boot. Aber wie lange? 30 Minuten. Okay. Und haben die Sachen trotzdem gefeiert oder nicht? Du weißt, ich pass mich an. Deswegen ja. Also ich hab dann halt Also ich kann mich nicht vorstellen, dass du da gebombt bist 30 Minuten. Also gebombt nicht, die haben es schon gefeiert, aber du, du, es war nicht schön. Aber gab es nicht mal so einen Abend, wo du wirklich irgendwo nichts gegen den Osten, aber in den Osten gefahren bist, da waren 17 Leute und das so, okay, ich kann auch aufhören. Oder irgendwo, wo du hingefahren bist, wirklich weit, das mit, äh, sieben, siebener Kilometer Düsseldorf ist schon bitter, weil ich, ich bin Düsseldorfer, Ruhe Düsseldorfer und ich kenn die Location nicht. Kennst du Tucklöger? Ich kenn die Location nicht. Boah, das ist, also nichts gegen die Leute, die das betreiben, um Gottes Willen. Nein. Aber Digga, das ist irgendwie die kleinste Bühne in Düsseldorf, passen 70 Leute rein. Ich mein, die hab ich voll bekommen. Und wenn ich halt bedenke, dass ich jetzt, Ende des Jahres, in der Mitsubishi Electric Hall spiele, so. Wie, allein oder was? Allein, ja, in Düsseldorf. Laber doch nicht. Ja, Da gehen ein paar Tausend rein. Ja. Wie viele Leute sind da angepeilt? Wir wollen Vollbelastung machen. Wie viele sind das? Ich glaub, oh, weiß ich nicht, 4000, 3000? Mein, mein Tourfinale der neuen Tour ist in der Benz Arena. Ja, im Frühjahr 2026. Okay, schön weiter in die Zukunft. Ja, haben wir noch. Okay. Also, Failstories, dann bin ich einmal, guck mal, zieh dir das mal rein. Ich hab den Hamburger Comedy Pokal gewonnen. Ja. Eskalation, grandios. Eine Woche später spiel ich dann wieder in Hamburg und vor mir tritt ein, blindes, zwölfjähriges Mädchen auf, das mit brennenden, äh, Hula-Rubreifen jongliert. Dann war die auch nicht blind. Oder die war deswegen blind. Und ich dachte mir, ist das erlaubt? Gibt's keine Brandschutzordnung? Ich meine, sie ist blind und jongliert mit brennenden Hula-Rubreifen. Das ist ein Risiko. Und ich denke mir, wie zum Teufel soll ich nach dem funktionieren? Sie ist, ich meine, toll, es war ein grandioser Auftritt. Sie hat jongliert. Macht ihr als letztes? Ja. Und dann dachte ich mir, wie zum, so, Alter, ich hab nur noch, als ich auf die Bühne gekommen bin, einfach nur noch den Song im Kopf. Hello, darkness, my old friend. Und ich dachte, du kannst doch nur abstützen. Was soll ich denn jetzt machen? Ja. So, dann hatte ich sowas und dann bin ich in, dann bin ich in Neubrandenburg aufgetreten, wo ich dachte, oh, das tut weh. Ja. Also ich hatte. Du hast locker, du hast locker, Ostmane, war eine Tour. Ja. Äh, wie hieß, war es die erste Tour von dir? Ostmane war die erste. Ja. Schublade Cup, also das gut, das du fragst, ist die zweite Tour. Ja. Ja, die hieß ja mal Schublade Kaputt, hab ich aber gesagt, mach ich nicht. Ändern wir. Aber ihr habt das Schublade trotzdem gehabt, ne? Wir hatten, Dicker, wir hatten ein Plakat. Es gibt ein Plakat, es gibt ein Bild, wo du aus der Schublade rauskommst. Schublade Kaputt. Oh mein Gott, das ist peinlich. Das ist so peinlich. Oh mein Gott. Aber ich weiß nicht, also, es gibt ja peinliche Sachen, wo man sich irgendwie erklären kann, wo das herkommt. Ja. Aber Schublade Kaputt ist einfach nur so ganz flach, der Türke kann Deutsch, er macht die Schublade, er macht die Schublade sogar kaputt und hier ist er. Ja, ja. Und das ist halt auch so eine Sache, wo ich denke, da müssen Leute gefeuert werden, sofort eigentlich. Das war halt, also das war meine alte Agentin, äh, meine alte, auch tolle, also ich will sie weder haten oder sonst, tolle, tolle Agentin. Aber sie denkt halt, sie ist halt seit, also ist eine Fernsehagentin, sehr erfolgreiche Agentin, macht auch einen tollen, grandiosen Job, aber sie denkt halt sehr plakativ. Gott verkauft sich so schnell wie möglich. Ja. So, was auch alles, seine Daseinsverletzungen. Wahrscheinlich hätte es auch gezogen. Wahrscheinlich hätte es auch gezogen. Aber die Leute, die dann kaufen, die will ich nicht haben. Ja, ja, die falschen Leute. So, die will ich nicht haben. Er hätte auch gezogen, gar kein Thema. So, aber die will ich nicht haben, so. Weil jetzt zum Beispiel schaue ich in meine Soloshows, coole Leute, Digga. Also coole Leute, die sich gegen Rassismus, gegen Diskriminierung stellen, coole Typen, alles kunterbunt, die diverseste Zielgruppe, so, aber musst halt ackern, dafür musst ackern, ackern, ackern. Und ich hatte so heftige, ekelerregende Auftritte, wo ich mir gesagt habe, Digga, hängt mich an meinem Puller hoch und lasst mich runterbaumeln. Warum bin ich hier? Das ist Perlen vor die Säue. Und ich denke mir so, also wenn meine Familie wüsste, was für eine Scheiße ich für den ganzen Scheiß gefressen habe, dann würden sie sich denken, Junge, warum bist du nicht bei Lidl geblieben? Ja, aber im Endeffekt hast du ja dann doch recht gehabt. Aber, also, Ostmane, Schublade kaputt, das ist ja nicht geworden. Was war das dann? Genau, das ist, Schublade kaputt haben wir dann unbenannt. Das ist die Tour gut, dass du fragst. Okay. Und das ist die Tour jetzt. Ja. Und die nächste Tour kommt im Herbst und die heißt Ausprinzip. Wie lange spielst du schon in der zweite Tour, Alter? Naja, Ich hab halt... Die wird immer modifiziert, ist ja klar. Genau, also ich hab jetzt, die erste Tour bei Ostmane, damit hab ich 2018 angefangen. Ja. Und dann kam die Pandemie. Ich hab das... Ach, okay. Weil ich hab ja viele Shows, musst du mal abfahren. Stimmt, Corona gab es ja auch noch. Kam ja niemand. Ja, Weißt du, wie viele Shows wir abfahren? Ich geb dir nur ein Beispiel. Die erste Tour Ostmane hab ich in ganz Deutschland. Ja. In ganz Deutschland, in allen Städten, wenn ich sie mal bespielt hab, Ja. Lass es 700 Leute gewesen sein, in ganz Deutschland. Zusammengefasst. Zusammengefasst. Das hab ich jetzt im Durchschnitt pro Show. Ja. Ist das schön? Ist das schön? Das war schon krank. Also, war echt schon. So, einmal erinnere ich mich, ich hab in Münster gespielt, ne? Die erste Show, wo ich mal 120 Leute hatte. Mhm. Ich hab mich gefühlt, als würde ich lang Zess spielen, ne? Ja, kommst du so raus. Ja. Als würde ich lang Zess spielen. Es sind nur sieben Reihen, aber du trotzdem. Äh, ja. Was geht ab Münster? Wir können nicht hören, wir sitzen hier vorne. Sowas. Ich hörs genau sowas. Und ich hab mich gefühlt, als würde ich lang Zess spielen. Ja. Und, also, war schon so, die krasseste Story, an die ich mich erinnere. Das war in meinem ersten Jahr. Ich hab bei einem Veranstalter gespielt, den ich nicht cool finde, den ich auch nicht feiere, der auch mittlerweile nichts mehr macht, mit dem ich auch nicht gut bin, auch nicht gut auseinandergegangen bin. Eine Firma oder ein Typ? Äh, eine Veranstaltungsreihe und der, der das gemacht hat, war ein Typ. Aber aus Berlin oder was? Nee, nee. Äh, NRW die Richtung. Okay, wie hieß der? Kann ich nicht sagen. Irgendwie, weil sonst krieg ich vor, also ich sag's dir nach dem. Ja, ich sag's euch dann nochmal. Ja, das kannst du machen. Du kannst ja sagen, dass du's nicht von mir hast. Ja, hab ich auch nicht. Hab ich dann nicht vom Ozan. Ja. Felix war doch in der letzten Show. Ja. Ja, hat er von Felix, nicht wirklich. Genau, von Felix. Nein, von Felix hat er es auch nicht. Ich fühle mir auch keinen Stress mit Felix ein. Der kann ja mal eh machen, was er will. Ja, verdient die. Der Typ macht gute Arbeit. Ich hab, ich wollte, also in meinem ersten Jahr, unbedingt dort spielen. Also ich wollte unbedingt raus, weil ich hab ja etwas getan, was die meisten Berliner in ihren Anfangsjahren nicht gemacht haben. Sie sind in ihrer Bubble Berlin geblieben. Aber ich wollte so viel Menschen wie möglich kennenlernen und gucken, wie kommen die Witze woanders an. Also bin ich direkt im ersten Jahr raus. Ich hab meine Ex-Frau damals noch gesagt, ich fang jetzt kommentieren, ich muss raus. Freigenommen bei Lidl und raus. Getuert, getuert. Schwer zu erklären, wenn du immer vor zwei Leuten spielst. Ja, extrem, extrem. Weil ich bin halt mit Minus nach Hause. Also meine Ex-Frau hat irgendwann gesagt, warum machst du denn die Scheiße so? Ich meine, du nimmst dir frei bei Lidl und zahlst dann drauf und kommst mit Minus nach Hause. Was soll denn das? Sehr schwer dann, deiner Ex-Frau zu erklären. Ambition, Hoffnung. Ja, klar. Aber ich finde es auch gut, dass du es so machst, wie viele Stars, dass wenn du erfolgreich bist, dass die Frau dann abschießt und dir eine neue sucht. Ja, genau, das war auch der Plan von Anfang an. Durchgezogen, alles klar durchgezogen, wissen die Leute ja nicht. Das war der Plan von Anfang an und ja, es hat auch funktioniert und irgendwann, wenn ich noch erfolgreicher bin, schieße ich auch die jetzige ab. Ja, safe. Da musst du wirklich auf Models gehen. Wirklich, aber auch so willenlose. Ja, willen. Ja, das Problem ist halt, nein, Schatz, das war ein Scherz, ich liebe dich. Ja, natürlich. Wir warten, bis die Million geknackt ist und bis dahin genießt die Zeit. Ja, bis dahin, hab Spaß. Also, du bist auswärts gefahren. Und dann, ich hab dem geschrieben, ey, ich will unbedingt bei euch auftreten, bitte gebt mir eine Plattform, ich bin gut, ich bin gut, bitte gebt mir eine Chance, hab den Videos geschickt, haben die gesagt, ja, 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 haben aber gesehen, dass ich bettle, haben mir gesagt, gut, dann, komm her, wir können dir aber nur 50 Euro zahlen. Kein Hotel, keine Fahrtkosten, 50 Euro. Hab ich gesagt, ja, natürlich, kein Problem, ich übernehme das alles selber. Hab ich mir die billigste, billigste, billigste Bahnfahrt ausgesucht. Natürlich. wirklich kein Sitzplatz. Dass es kein Flixbus war, ist das, kein Flixbus? Nee, Digga, das war, das war Hogwarts Express ohne Reifen und so, richtig schlimm so. Und dann bin ich halt hingefahren, hab einen Auftritt hingelegt, geil, mega, hat total toll funktioniert. Und dann bin ich zum Bahnhof, weil die billigste Bahn, 4.29 Uhr aus Köln nach Berlin. 4.29 Uhr morgens. 4.29 Uhr morgens. Was hab ich gemacht? Ich bin halt zum Bahnhof, weil Hotel gab's nicht, bin halt zum Bahnhof. Du hast durchgemacht, oder? Ja, durchgemacht. Hab mich halt hingesetzt und hab gemerkt, ey, ich bin echt... Aber du seufst doch nicht mehr, wie macht jemand nüchtern durch? Nein. Ich kann dir das gar nicht vorstellen. Ich weiß nicht, Digga, ich hab mich einfach da hingesetzt und dann hab ich irgendwann gesagt, ich bin zu müde, ich muss irgendwie pennen. Was hab ich gemacht? Was hab ich gemacht? Ich bin auf die Toilette. Oh nein, Alter. Hab meine Klamotten auf den Boden gelegt. Das ist ja wie bei Streben nach Glück, nur ohne Sohn, Alter. Und hab mich auf den Boden gelegt zum Schlafen. Ja. Bahnhofstoilette Köln. Ich weiß, was geil gewesen wäre, wenn ein Gast von deiner Show rotzigvoller ging und sagt so... Äh, äh... So machst du nicht eben noch. Äh, äh, scheiße. Und weißt du, was schlimm war? Irgendwann hat mich die Putzfrau nachts um zwei geweckt. Sie hat die Tür nicht aufbekommen und hat mit dem Mob unterm Türrahmen gewischt. Und ich schwör's dir, sie ist an meine Fresse gekommen mit dem Mob. Ja. So. Und das vergisst du dein Leben lang nicht mehr. Leben lang nicht mehr. Aber das sind diese Momente, wo ich halt gecheckt habe, Digga, ich will das machen. So, ich geh jetzt erst recht so. Nee, das sind, glaube ich, die Momente, wo du gecheckt hast, äh, geht nicht in die richtige Richtung. Das sind die Momente, wo ich realisiert habe, irgendwie hab ich keinen Erfolg. Es muss sich irgendwas ändern, so. Aber ich hab halt, weiß nicht, so, sowas formt dich halt, ne? Ja. Ich hab dann halt die Tür aufgemacht, ich hab sie gesehen, sie hat mich gesehen. Ich hab halt nichts sagen können, ne? Ich hab halt ... Ah, das ist wirklich hart, Alter. Und bin da halt total beschämt halt rausgegangen. Und ich hab mir halt gesagt, hat sich der Auftritt gelohnt? Diese acht Minuten? Ja, weil der Auftritt war geil. Und dich haben da, keine Ahnung, 50 Leute gesehen, 60 Leute gesehen? 120 waren's. Okay. 120, 120, 160 in dem Dreh. Der Auftritt war halt geil, so. Ich meine, das ist halt ein Stand-up-Comedian, der sein Metier liebt, ne? Du nimmst so viel Scheiße auf dich für acht Minuten. Für acht Minuten Ekstase. Ich glaub, ich könnte, also ... Ich hab auch einen anderen Start gehabt. Ich glaub, den Weg hätte ich so, glaub ich, gar nicht ... Ich kannte keinen anderen. Das ist halt mein Problem. Ich wusste halt nicht, wie es anders geht. Zum Beispiel all den Comedians, die jetzt anfangen, denen würde ich auch einen anderen Weg raten. Ich würd dir nicht sagen, tourt durch ganz Deutschland, weil mittlerweile hast du hier so viele Bühnen in Berlin, wo du deine Fähigkeiten so dermaßen erweitern kannst. Und es ist auch unterschiedliches Publikum. Es sind ja ... Nicht mal die Hälfte davon sind Berliner. Ja. Es ist ja überall angereist. Mittlerweile hast du diese Möglichkeiten. Aber wir hatten's ja nicht. Aber die tourn doch auch gar nicht, oder? Also die bleiben doch hier. Also mittlerweile haben die ersten ... Außer nichts Schoß. Also mittlerweile haben die ersten Comedians spielen schon erfolgreiche, gute Touren. Dominik ist mit einer guten Tour unterwegs. Philipp ist mit einer guten Tour unterwegs. Also mittlerweile fangen auch die Berliner an, allmählich ihr Kokon zu verlassen. Aber es hat auch lange gedauert. Lange. Und es basiert auf Crowdwork-Reels. Ja, lange. Also lange, lange, lange. Erst diese Pandemie und dieses täglich Real-Hochladen, dies, das hat die meisten Comedians mich eingeschlossen, halt ein bisschen hochkatapultiert und auch ein bisschen ... Ja, man erwischt sich halt, wenn man jemand ist, der das nicht selber macht und viele andere Comedians machen es auch nicht. Ich möchte jetzt einen Kollegen zitieren, der nicht aus Berlin kommt, der meinte, da in Berlin, da kommen die da, jeder mit seiner eigenen Kamera, da stellen die die da hin und reden mit den Leuten, damit die der Mane erzählt, auch dein Scheiß-Set. So, anhand der ... Kannst du dir ungefähr vorstellen, wer es war. Ja, ja. War relativ nah dran. Aber ich war auch so, ja, sehe ich ähnlich. Nee, sehe ich sogar ... Ich kann das verstehen. Sehe ich genauso. Aber mit der Ausnahme, dass es auch guten Comedians, die sonst keiner gesehen hätte. Ja. Und das sind nur zwei, drei. Ja. Und der Rest ist ... Weißt du, was ich mir immer denke? Mhm. Freunde, wenn ihr darüber hatet, dieses Inflationäre, dann messt euch doch mit mir auf der Bühne live. Kommt zu mir auf die Bühne und wir sehen, was wir beide können. Es gibt diese zweite Ausnahme. Ja, deswegen sage ich mir so, ich verstehe das vollkommen, dass man darüber hatet. Vollkommen. Weil es hat etwas Inflationäres. Es hat etwas ... Also du entwertest ... Sag es, sag es, ja. Du entwertest schon ein bisschen die Kunstform damit. Ja. Soll ich mich ganz kurz in die Kerbe schlagen? Weil ich habe ... Sorry, ich kann nicht so lange mir die Sachen merken. Ähm, ich habe nämlich heute noch einen Kommentar gesehen, ähm, bei ... Habe ich mir da ein XXL-Ding angeguckt. Nicht das ganze Ding, sondern nur Kommentare gucken. Entschuldigung. Da haben Leute, ähm ... Einer der Top-Kommentare war, das ist eine sehr große Bühne für ihn. Er arbeitet sonst mehr mit den Leuten. Ja. Das macht es nicht so einfach. Und das ist ... Das ist das, was das Ganze ... Das versaut nicht das Ganze, weil Comedy ist immer noch Comedy. Aber letztens habe ich Felix auch gesagt, habe ich auch einen Kommentar gesehen, wo einer geschrieben hat, ihr müsst es aber auch verstehen. Also Stand-Up-Comedy ist schon auch, wenn man mit den Leuten redet. Und das ist es halt nicht. Ist es nicht, nein, null. Und deswegen möchte ich dich bitten, in deine Kamera nochmal einen Appell, äh, den Leuten nochmal zu erklären. Weil Leute, weil du bist quasi das, das Poster-Child. Du bist quasi das, das, das Real-Powerhouse, das von, weiß ich nicht, 7.000, 8.000 Followern auf 320, von, äh, 17 Leute in Puse-Muckel zu 4.000 Leuten in Köln. Durch diese Crowdwork-Reels. Deswegen erklär den Leuten bitte, dass das kein ... Ja. Freunde, hört mir gut zu. Das ist deine Kamera. Das ist die Kamera? Ja. All die Comedians, die tagtäglich Reels hochladen, indem sie mit dem Publikum interagieren, ist eine Facette von Stand-Up-Comedy. Es ist ein Teil, eine Technik, äh, derer man sich bedienen kann, um die Menschen mehr anzuheizen, die Dynamik zu steigern, sie ins Boot zu holen, wenn man sie eventuell nicht hat. Und auch leichten Content zu generieren. Leichten Content zu generieren. Viele Comedians bedienen sich dieser Technik, um Reichweite aufzubauen. Warum? Weil sie auf sich aufmerksam machen wollen, damit Tickets verkaufen wollen, und ihr dann zu denen in die Show kommt. Mein erstes Anliegen war damit, meine Familie damit ernähren zu können, euch in die Shows zu kriegen und euch dann live zu begeistern. Es funktioniert. Die Leute gehen live begeistert raus. Es gibt viele, die machen das, die nicht besonders gut darin sind. Es gibt aber auch einige, die sehr, sehr gut darin sind. Schaut euch das an. Entscheidet selber, wer euch gefällt, wer nicht. Und wenn euch jemand nicht gefällt, hatet nicht. Schaut es euch einfach nicht an. Und die, die euch gefallen, glaubt mir, sind live immer noch ein Stück besser. Und es lohnt sich zu denen, live in die Show zu gehen. Ja, schöne Worte. Auch wichtig vor allen Dingen, weil, wie gesagt, durch diese Schwämme sind viele neu angespülte Comedy-Fans der Meinung, ah, okay, wenn ich Comedy sehe, dann ist das meistens, wo kommst du her, was machst du? Alter, amerikanische Szene, 60 Minuten, nicht ein einziges Mal Wortwechsel mit dem Publikum. Nein, also Comedy, Comedy, Stand-Up-Comedy, ich müsste es nochmal vielleicht ein bisschen drastischer ausdrücken, weil der Osan halt ein sehr lieber Typ ist auch. Stand-Up-Comedy ist geschriebenes Material, ist zu Hause entwickeltes, mehrfach, hundertfach getestetes, wenn es nicht läuft, getestetes Material auf Bühnen, was dann flawless vorgetragen wird, als würde jemand mit dir reden. Ja. Sobald jemand sagt, wo kommst du denn her, was machst du denn beruflich, ist das halt Crowdwork, manchmal bietet es sich an, ich mach das in meinen Shows, wenn jemand unangenehm auffällig wird, mach den dann rund, oder wenn jemand was, in Köln zum Beispiel, ich hab Gloria ausverkauft, für mich ein Meilenstein des Graus. Gloria ist ein schönes Theater. Schönes Theater, ich darf da zwar nicht mehr auftreten, aber ich hab's ausverkauft, es war wunderschön. Du darfst nicht mehr auftreten? Nee. Darf ich fragen, warum? Ja, natürlich darfst du fragen, warum, wegen Inhalt. Also ich hab ja maximal rassistischen Inhalt. Es ging auch alles klar, soll ich dir sagen, Ozan, ich sag's dir, ich mach hart gegen Schwarze, hart gegen Frauen, hart gegen Dicke, gegen mich, gegen Mütter, gegen Kinder, und ich hab aber auch ein Ding gegen die, wo wir noch so ein bisschen Schuldgefühle haben, und dann, das war dann der Aufschlaggenpunkt, warum ich dann nicht mehr auftreten darf, egal. Gloria ausverkauft, und ich komm da hoch und freu mich voll, und könnte mein Programm anfangen, und ich seh ein Mädchen, wo ich mir denke, die hätte sich auch schicker anziehen können für meine Show. So, das ist dann mein Crowdwork. Ne? Ich mein nur, solche Ausnahmen halt. Das böse Risiko, weißt du selber, du hast bei mir Opener gemacht. Genau. Aber es gibt halt wirklich Leute, die, ähm, also ich möchte auch an die Comedians einen Appell vielleicht mal sagen, ladet bitte Crowdwork hoch, wo es auch Lacher gibt. Wo ihr nicht der Meinung seid, okay, das hab ich schon 18, ich weiß, das ist schwierig, und ich weiß, Leute wie er haben's vorgegeben, dass man damit groß werden kann, aber er kann's auf der Bühne auch backen. Und nicht nur backen, sondern das geschriebene Material von ihm ist ja viel besser als sein Crowdwork, was schon gut ist. Das ist das Wichtigste. Und es gibt Comedians, die haben ein gutes Crowdwork, und dann gehst du live dahin, und die müssen dann aber auch eine Dreiviertelstunde Crowdwork machen, weil das geschriebene Material nicht gut genug ist. deswegen betrachtet bitte das Crowdwork nur als Tool, wie er es schon gesagt hat, zum Reichweite aufbauen, aber live geschriebene Stand-up-Comedy ist die Währung. Ja, und noch ganz wichtig, wenn ihr mit Comedy anfangt, dann konzentriert euch nicht auf Sachen wie Reichweite, Alter. Reichweite, ja, natürlich brauchst du, wenn du irgendwann mal damit über die Runden kommen möchtest, ist klar, aber das Wichtigste ist erstmal Material generieren, gut werden, Gefühl für die Bühne kriegen, und bei mir war halt einfach die Verzweiflung, Digga, ich bin doch so gut geworden, die Leute lachen sich schlapp, warum kann ich damit meine Rechnungen nicht bezahlen, obwohl ich hart und hart und hart arbeite. Aus dieser Verzweiflung heraus, aber mittlerweile muss ich sagen, also ich bin auch ganz ehrlich, mittlerweile lade ich gerne täglich Videos hoch, weil einfach das Feedback der Menschen, also es ist gut für meinen Selbstwert, es pusht ein bisschen mein Ego, dass so viele Leute, also ich bin da ganz offen und ehrlich, dass da viele Leute es so hart abfeiern, und ich lade halt Crowdwork hoch, der tut mir nicht weh, die Leute haben Spaß, amüsieren sich, kommen dann in die Shows, und das Geilste ist, es kommen die Richtigen, also es kommen wirklich Fans, hast du Glück gehabt? Digga, meine Fans sind krank geil, also die sitzen da, freuen sich auf mich, feiern mich wie ein Popstar, ich komme auf die Bühne, die stehen auf, ich gehe runter, die stehen auf, ich gehe in die Pause, die stehen auf, so, aber weil der Inhalt gut ist. Ja, meine Fans sind geil, und wenn diese Leute kommen, indem ich täglich Crowdwork-Videos hochlage, dann zieh durch, Digga, habt Spaß damit, ich lade jeden Tag hoch, genießt es, kommt in die Shows, habt live mit mir Spaß, also für meine Fans, tue ich das auch wirklich mittlerweile, aus tiefstem Herzen, aus Überzeugung, weil die sind geil, wenn die kommen, Alter, ich habe so grandiosche Shows, wo ich mir denke, Digga, da werde ich geil von, so geil sind die Leute. Aber, soll ich dir sagen, warum es wahrscheinlich auch so ist, weil die meisten davon, deine geschriebenen Stand-Up, noch gar nicht kennen, vielleicht so richtig, dich feiern, wegen den Crowdwork-Sachen, und dich dann denken, das ist ja noch besser, als erwartet. Also ich bin da auch, ja, also live, da geht mir richtig einer ab, wenn ich den, da geht mir richtig einer, da fasse ich mich selber an, beziehungsweise, wenn ich den Programm zeige, was noch nie veröffentlicht wurde, und dann flippen die aus, und ich denke mir, ja, Mann. Vollkommen zu Recht, dafür habe ich die letzten neun Jahre, dafür war ich im scheiß Tabernakel, oder wie der Rotz hieß, in Düsseldorf, dafür war ich da, um jetzt das zu machen. Deswegen, ich mache es gerne, Mann, ich mache es auch heute, mein Video habe ich gestern Abend noch geschnitten, damit ich es heute hochladen kann. Aber mittlerweile ist es auch so ein Alltag, oder ist es ganz normal? Alltag, Alltag, es gehört zum Alltag dazu, also jeden Tag setze ich mich eine Dreiviertelstunde hin, Stunde hin, schneide meine Videos, weil ich habe ja ein Format, lass labern, wo ich nur mit den Menschen interagiere, so, auch wirklich saulustige Shows jedes Mal, und wo ich nur mit den Menschen interagiere, diese Sachen lade ich hoch, alles spontane Interaktion, und vom Programm jetzt aus Prinzip ist nahezu gar nichts veröffentlicht, wird auch dabei bleiben, und ich will halt den Menschen es live zum ersten Mal auf der Bühne präsentieren. Ja, killer. Aber, wie ich dich kenne, wahrscheinlich massig erprobt auf ... Ja, ja, heute auch wieder, heute habe ich zwei Auftritte. Okay, wo gehst du hin noch? Mad Monkey Room und Comedy Flash, habe ich zwei Auftritte, und das ist der einzige freie Tag, den ich in der Woche hatte, habe ich gesagt, gut, mache ich zwei Open Stages. Und noch ein ... Zu dir. Ich habe halt extra geguckt, wann kann ich, habe ich dir gesagt, heute kann ich, gestern und ... Stimmt, weil morgen bist du auf Tour noch, ne? Genau, genau, morgen habe ich Meetings, hier und da, und dann abends halt eine Las-Laban-Show, morgen wäre halt schlimm gewesen, wäre nicht machbar gewesen, habe ich gesagt, lass uns heute machen, du hast sofort gesagt, gerne. Ich habe mich auch total gefreut, als ich die Einladung bekommen habe, ich kriege viele, viele Podcast-Einladungen, wo ich immer absage, aber du weißt, wir sind Kumpels, wir schätzen uns schon seitdem, und da habe ich gesagt, natürlich ist das so eine Frage. So, meine Lieben, es ist soweit, meine zweite Comedy-Solo-Tour steht an, die erste Tour übertreibt nicht, ist durch, war schon sehr, sehr erfolgreich und in der zweiten Tour gehen wir noch in ein paar größere Locations, ich spiele sieben Großstädte und zwar Köln, Düsseldorf, Berlin, Hamburg, Frankfurt, München und Stuttgart, ich freue mich auf euch, es wird sehr, sehr böse, wenn ihr es abkönnt, geht auf den Link in der Beschreibung, holt euch Tickets, seid dabei, es wird krank. Warst du schon mal bei den Deutschen eigentlich? Ne. Okay. Ich stelle mir das auch, ich stelle mir das auch, weil das, die sind ja sehr, wie soll man es sagen, du bist ja erwachsen, ne, und du bist, ja warte da erstmal, also du, also du bist ja erwachsen, du hast ja ein gewisses Alter und auch, du bist ja auch ein professioneller Comedian und ich kenne wenig professionelle Comedians, die halt albern sind oder die viel, oder du denkst so, so lustig war das jetzt nicht, was ist da los, deswegen, haben die dich schon mal gefragt, ob du da, die haben mich schon mal gefragt, es hat aber nicht funktioniert, weil wir terminlich nicht zusammengekommen sind, so, ich würde es sicherlich machen, die Typen haben eine gute Reichweite, haben aber, ich würde es auch machen, ich würde es auch machen, aber ich würde irgendwann im Gespräch sagen, Jungs, können wir bitte drei Sätze voll und ganz zu Ende sprechen, ohne dass wir uns permanent kaputt lachen, also ich glaube, wenn du gekifft hast, sind die beiden die tollsten Partner überhaupt, so, ich schaue mir das auch ab und zu an, also manche Folgen finde ich auch wirklich interessant, die haben krasse Gäste, die haben krasse Gäste, Mario Barth war crazy, Bushido war krass, also waren schon, also die haben schon geile Gäste, die haben krasse Gäste und die haben auch, die haben auch eine gute Synergie zusammen, also die sind, also zusammen passen die super, so, aber ich würde halt irgendwann sagen, Nisa, Digi, hör auf zu lachen, komm lass uns zwei, also, ich glaube auch, man wäre zu ernst dafür, also dieses, ich glaube, ich bin, teilweise sieht der Sechsklässler Humor und dann so, dann lacht sich der eine kaputt und der andere ist so, das ist so ein bisschen schwierig, aber, aber Mario Barth hat sich da geil angepasst, Bushido war, war die Energie nicht ganz so geil, aber die sind auch, die machen, also, aber Bushido hat es halt direkt gesagt auch, ne? Ja, safe, weil der hat erwachsen, das kann der nicht mitspielen. Ja, ihr nennt euch die Deutschen und könnt euch grammatikalisch nicht mal korrekt ausdrücken und da dachte ich, geil, und dann sagt der Scheuer noch, ich lass mich hier nicht stehen und zählen und Bushido so, oh Gott. Das meinte ich, ja, aber ich hab gehört und auch, ich hab auch Ausschnitte gesehen, die machen, äh, anormale Shows, also die haben ein so ein Ding mit Gospel und Hass nicht gesehen, wo irgendwie, äh, glaub ich, zwei, drei tausend Leute waren, wo ich mir auch dachte, okay, alter, crazy, aber vom Ansatz her halt voll geil, weil die denken, die, äh, nicht jeder, mich wie der andere, zwei Schüler auf die Bühne und dann halt einfach so, sondern die wollen den Leuten halt krass was bieten. Deswegen, also, sei den Jungs vollkommen gegönnt, die machen ja Tour und die ist vollkommen gegönnt, ey, ich gönne jedem seinen Erfolg. Soll ich dir nur sagen, was mich, äh, was mich aufregt? Ja. Ähm, ich weiß nicht, in welcher Folge, ich glaub, es war sogar, ich mein, der Salim ist, Salim ist, Samatu ist ja selber bei unserer Agentur und der war da zu Gast und der Salim ist selber, der macht selber Open Mics und so, der ist selber, du weißt, der ist auch ein Hustler, der ist natürlich crazy as fuck, aber der macht, der hat die Open Mic Schule durch. Ja. Und da hat, ich hab das zweite Mal schon gehört, dass der Nizar und ich, der hat mich auch, kurz zur Vorgeschichte, Nizar hat mich auch selber schon mal angesprochen, nach dem Motto, haben wir irgendwie ein Problem oder so, weil du ab und zu mal so negativ über mich redest, meinst du, haben wir nicht. Ich find halt nur die Comedy nicht gut und deswegen hab ich ein paar Mal was gesagt und der so, aber persönlich ist nix, meinst du, nein, ich würde auch gerne im Podcast kommen, auch Animus, so, lass mal machen, pipapo. Und dann hab ich den auch angeschrieben, hat aber nicht geantwortet und dann hab ich auch dem Bruno, weil wir auf derselben Show sind, auch gesagt, der soll mal seine DMs lesen, weil ich will nicht über den reden, ich würde lieber da einen Podcast gehen, aber der kann es ja jetzt schon mal seicht anschneiden, was mich halt ein bisschen, und ein bisschen meine ich sehr aufgeregt hat, ist, wie die halt über die Berliner Comedy-Szene reden und die reden halt darüber, so als wenn wir wirklich so verkopfte Spastis sind, in irgendwelchen Rattenlöchern, sich da gegenseitig sagen, ja und dann muss sie hier noch, also die haben das so, die haben sich drüber lustig gemacht. Tun die das ja? Das hab ich gar nicht mitbekommen. Also mit Salim, das war ganz schlimm, hab ich Salim auch direkt geschrieben, meinst du, wie kannst du da sitzen und dir das anhören, wenn die Sachen scheiße reden, da sagen die original so Sachen wie, und dann kommen die da und machen so, hier muss noch ein Tag und da hab ich sieben Minuten gespielt und da ist noch, und genau das ist ja Comedy, also genau das ist ja, da noch ein Tag, da noch ein paar Steine, wie machst du acht Minuten, ich hab ein bisschen überzogen, okay, wo gehst du jetzt hin, wie bei dir das Set, das ist ja ein ganz normaler Comedy-Talk und die reden abfällig, lass mich kurz raten, die reden abfällig darüber und der Salim sitzt da und dann sagt einer von den beiden so, als ob das eine Wissenschaft ist, geh doch einfach auf die Bühne und rede. Und das tut dir genauso wie mir, oder? Ja, das tut mir. Dickerchen, ich dachte, ich höre nicht richtig, wenn der Salim sitzt da und ist so, komm, lass mal schnappen gehen. Dicker, das tut, ja, also das ist ja schwarz. Also das ist, also das ist, äh, das, ja, aber das, ja, aber das weiß der Nizar. Deswegen würde ich mir, der Nizar weiß das auch, also dass das nicht so ist. Aber warum sagt er dann sowas? Keine Ahnung. Soll ich nicht sagen, warum? Ich glaube, das ist so gegenseitiger, gegenseitiger Disrespekt. Der weiß, der weiß, richtige Comedians feiern ihn nicht und er feiert diese, diese Comedianazis, die halt in den, die da sitzen und in diesen Kellern und so rumdoktern, die, weil der ist ja auch Chapelle-Fan und der feiert ja auch die amerikanische Szene. Das ist halt komisch und seine ganzen Vorbilder machen das halt. Ja. Die sind selber in diesen Rattenlöchern. Natürlich, die amerikanische Szene, also die Berliner Szene, ähnelt sehr der amerikanischen Szene, sehr. Weil, wenn du dir Dokumentationen angeschaut hast, Louis C.K., bla, 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 die reden genau das. Natürlich. Die reden Backstage genau das. Und jeder von denen wird sagen, Comedy ist eine krasse Wissenschaft. Natürlich, das ist die Königsklasse der Wiss-Performance. Du hast ein Mikrofon und du hast dein Mundwerk. Das war's. Du hast keine Leistung. Kein Beat, keiner Reim. Du hast sieben Minuten, in denen du Leistung bringen kannst. Und du hast nicht wie bei YouTube-Videos noch im zweiten Try oder Second Try, hast du nicht. Du hast kein Backup, kein Wiss. Natürlich, das ist alles Technik, Setup, Prämisse, Punch, alles. Talent, Ausstrahlung, Gefühl für den Raum. Und ist dann noch auch so, aussehen lassen, als sei es gerade entstanden auf der Bühne. Also es ist ... Wenn irgendwas eine Wissenschaft ist, dann ist es ja das. Also wenn etwas nicht einfach so daherreden ist, dann ist das Stand-Up-Comedy. Ja, ich würde auch sagen, das ist die schwierigste Bühnenform. Ich hab Battle Rap, ich mach Battle Rap, ist auch schon hart, aber also Comedy ist die ... Aber der weiß das. Also ich keine Ahnung, warum der das gesagt hat. Der weiß das, weil ich hab mich auch mit dem mal über Stand-Up unterhalten und da war der auch, da hat der auch gesagt, Nisar, ne, Shayan, hab ich noch nie persönlich getroffen, nur ein paar Mal geschrieben so. Auch netter Typ überall ist da, sehr netter Typ. Aber Nisar, der weiß das, das hat er einfach so dahin. Ja, aber wenn du das mal ... Nisar, wenn du das hier siehst und Bock hast, dann komm mal rum oder ich komm auch zu den Deutschen, weil ich würd das gern ... Ich diskutier halt auch so gerne. Ja, ja. Und kennst du ja, wenn du was liebst und jemand sagt, was Abfälliges über das, was du liebst und so ... Nee, der weiß das. Kennt, der ist ein riesen Chappelle-Fan, der feiert Bill Burr und so. Der hat einfach so dahergelabert. Also ich glaube schon, dass der technisch sehr affin ist und wirklich Ahnung hat. Das hat er einfach so dahergequatscht. Okay. Definitiv. Wir sind auch leider abgeschweift, weil du hast gesagt, du hast viele ... Genau, es ging um Termine. Aber das ist ein gutes Zeichen dafür, dass das Gespräch grandios ist. Ja, das solltest du mich selber loben, aber ganz stark, oder? Ganz cool, was du ja immer. Gerne. Aber es ging ja wirklich um dieses Termin, dass du irgendwie dann, das Podcast schon mal abgesagt hast. Ja, wir haben halt Termin nicht hinbekommen so, aber gerne, Jungs, wenn ihr mich einladen würdet wieder, diesmal nehmen wir es ein bisschen ernster mit der Terminfindung. Ja, und dann vielleicht auch ernster im Podcast. Und dann kannst du für mich mal fragen, was das sollte. Ja, ich würde halt definitiv sagen, so Freunde, wir haben drei Minuten jetzt gelacht. Jetzt lasst uns wieder dem Gespräch zu werden. Weg von den Pimmelwitzen. So, also, momentan, ich sehe ja deine Tourplakate, aber eine Frage habe ich noch, Alter. Ich weiß nicht, wer deine Grafiken macht, ne, aber es kann doch nicht angehen, dass jemand mit 320.000, wenn ich da auf Insta draufgehe, dass da irgendwas abgeschnitten ist oben. Ja. Oder das geht nicht. Ja, das Problem ist, das Problem ist, äh, also, ich kriege halt diese Bilder zugeschickt und ich stelle mich immer dumm beim Posten an. Ja, ich, aber wie dumm. Ja, ich, und ich bin selber schon übelster Steinzeittechniker. Also, ich bin auch ehrlich, Samuel, wäre ich kein Comedian, ich wäre weder auf Facebook, noch auf Insta, noch auf TikTok. Ich würde vielleicht OnlyFans betreiben. Leute, erstellen dir dieses Plakat. Ja. Da ist dein neuer Programmtitel drauf und der ist abgeschnitten. Ja. Und wahrscheinlich sind da auch noch mehrere Fehler, die ich nicht sehe. Ich denke mir nur so, ich denke mir nur so, das kann ja nicht sein. Leider. Ich weiß, dass es heißt gut, dass du fragst, aber das ist doch, das muss doch, kann das nicht bitte zu, ändere das bitte. Ja. Ja. Ändere das. Ich gebe das weiter. Bitte. Aber super Feedback, danke schön. Ja, gerne. Ich habe dich auch lang, ich habe dich auch, ich habe dich voll lang nicht mehr live gesehen. Du hast ja Opener gemacht, weil du eine Wette verloren hast für meine letzte Tour. Sehr, sehr gerne. War mir ein Vergnügen. Das war auch killer. Und da du ja für mich Opener gemacht hast vor 90 Leuten in Köln, würde ich dir auch anbeten in der Mitsubishi Halle für dich in Düsseldorf. Sehr gerne. Natürlich. Digga, gerne. Ja klar. In meiner Heimatstadt. Gerne. Super gerne, klar. Mitsubishi Electric Hall. Machst du Support. Anfang 2025. Nee, nee. Ende 2024 dieses Jahr. Also Ende dieses Jahres? Ja. Ah, aber hast du nicht gesagt, warst du nochmal das Endgültige, weil du hast doch einen Ding. Ach so, genau. Also die Tour, die neue Tour fängt ja im Herbst 2024 an. Ja. Und das Tourfinale, dieser Tour aus Prinzip, ist im Frühjahr 26. Und da ist geplant, entweder das Tourfinale in der Lang Cess Arena zu machen oder in der Benz Arena. Okay, und hast du da, bist du eher Optimist oder Pessimist oder Realist? Ich vertraue auf harte, kontinuierliche Arbeit. Ja. Und du gehst davon aus, wenn das in dem kurzen Zeitraum so und so geworden ist, so kann es nicht weitergehen, aber es wird kontinuierlich weitergehen, weil schlechter wirst du nicht, ganz im Gegenteil. Wenn die Leute bei dir bleiben, könnte es irgendwann möglich sein, wirklich einfach vor 10.000 zu spielen. Es ist, also ich hoffe, dass es ausschließlich eine Frage der Zeit ist. Ja. Also natürlich Optimist, Pessimist. Ey, alles, was ich jetzt schon erreicht habe, ich bin unglaublich langbar dafür. Ja. Weil hätte man mir gesagt, vor fünf Jahren, ich mache mal Admiralspalast voll. Aber auch vor drei Jahren bloß. Und ja, 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 lass es während der Pandemie sein. Ja. Und hätte ich gesagt, 1.600 Leute und das dann auch Monate vorher ausverkauft, wie, nie im Leben so. So, also ich bin dankbar für alles, was kommt. Ab jetzt will ich einfach nur schauen, wie weit es noch gehen kann. Ich will alles rausholen. Ich will das Maximum haben. Und, aber mit kranker Qualität. Also ich will nicht, dass mir irgendjemand was schenkt. Ich will kranke Qualität aufbieten für die Leute, die kommen. Und ich will einfach gucken, wie weit geht es noch. Mal gucken. Also, aber wenn es jetzt so bleiben würde, wäre ich auch nicht traurig. So, um Gottes Willen. Ich habe das, wovon 99, 90 Prozent der Comedians träumen. Ich bin voll happy. Ausverkaufte Tour, tausende Leute. Also ich bin auch total happy. Du musst ja, es ist ja immer noch eine Kurve nach oben, deswegen musst du das jetzt ausreizen. Na klar, ich will einfach gucken, was geht. Ja. Einfach weiterarbeiten. Es ist eine tägliche Arbeit. Es ist kontinuierliche Arbeit. Es ist nachdenken, reflektieren, schreiben, entwickeln, testen. Es ist permanent Arbeit. Ich bin ein Arbeiter. 99 Prozent sind Arbeit. Ein Prozent sind Talent. Ja. Und. Würdest du echt sagen? Hat Einstein gesagt. Ob es jetzt so stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Er war kein Comedian. Also ob es stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Ich würde sagen, bei dir ist aber mehr, also, also bei dir ist auf jeden Fall der Großteil Arbeit. Ich glaube, du bist nicht gesegnet mit einer Bühnenaura. Nee, nee. Aber. Null, Digga. Aber. Ich weiß halt nicht, ich weiß halt nicht, wie dein Arbeitsprozess ist, aber ich weiß, ich kenne dein, deine, deine Phonetik, deinen Tonus. Ich weiß, wie du, ähm, Sachen pointiert, pointiert aufbaust. Und ich weiß ja, wie du normal redest. Das heißt, für mich ist das auch, für mich ist super wichtig, aber das ist jetzt kein generelles Kriterium, aber ich finde, für mich ist halt super wichtig, wenn ich jemanden auf der Bühne höre, dann wäre es auch cool, wenn der normal auch ähnlich redet. Mhm. Und das halt bei dir auch so der Fall war, ich finde es so dieses, weiß ich nicht, also wenn ich so ein Henni Siam oder so höre, dann ist so, dann alles, also Brillengläser platzen, Ohren bluten, das ist, ich finde das ganz, ganz schlimm. Ähm, und deswegen ist das voll angenehm bei dir, weil man hat ja wirklich das Gefühl, du erzählst einem nur was. Da wird nicht, klar, man hat so ein paar Geräusche dabei, ein bisschen schreien, aber es wird einem was erzählt. Ja, also ich versuche halt, das ist halt das Ding, ich bin halt genau der, der ich auch auf der Bühne bin, nur ein bisschen extremer dargestellt. Also, weil ich, ums Verrecken könnte ich nicht jemand sein, deswegen habe ich auch gesagt, nie im Leben, nicht in 100 Jahren, könnte ein Autor für mich schreiben oder ich, dass ich mit Autoren zusammen habe, um Gott's Willen, ich will auch nicht die Komedienste, je, alles hat seine Daseinsbereiche, um Gott's Willen, ich könnte es nicht. Ich könnte es nicht, weil ich unbedingt das machen muss, was ich bin. Aber du kannst es halt auch. Ich könnte es. Das ist ein Unterschied, weil du kannst halt auch super schreiben und super schnell neues Material produzieren, und das können halt manche nicht. Ja, ja. Deswegen, also ich will da niemanden haten, um Gott's Willen, wirklich. Also, ich könnte es nicht. Ich könnte es. Also, ich könnte es auch nicht, weil ich kann mir keinen Menschen vorstellen, der meine Sachen für mich... Du könntest, du könntest es genauso wenig wie ich. Ja. Minimum genauso wie ich. Du könntest es gleich noch mehr nicht als ich. Ich glaube auch, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Weil du bist halt, du bist halt eine Marke. Du bist halt, du bist halt absolut der, der du bist. Noch krasser als ich, ich bin. Ja. Also, das kann ich nicht beurteilen, weil wir sind jetzt keine besten Freunde. Wir kennen uns, wir sind für Comedy-Kollegen ein relativ tiefes Verhältnis so. Aber wir sind jetzt, wir sind nicht zusammen im Urlaub. Wir sehen uns nicht 24-7 so. Aber was ich einschätze, würde ich auch sagen, das ist der Osan. Aber natürlich, weil ich ich bin und ich meinen Humor habe, würde ich mir natürlich schon mal wünschen, dass auch der Osan einmal so, kannst dich einmal so, kannst dich einmal, warte mal, einmal was Böses. Einmal was Böses. Manchmal sehe ich es so, ich habe so ein, zwei Comedians, mit denen ich manchmal so, hast du wahrscheinlich auch, dann schickt man sich so Reels von anderen oder Storys von anderen Leuten nach dem Motto, guck mal hier, habe ich letztens auch einen Kollegen was von dir geschickt, wie du so einfach, da warst du wieder so auf diesem Gutmenschenpfad unterwegs. Du bist halt so positiv und so lieb, dass ich mir manchmal denke, ich habe den auch schon anders gehört. Was macht der hier zu? Ja, ich bin tatsächlich, ja, so, ich bin halt, weiß ich nicht, ich bin ein friedlicher Mensch, so, ich bin voll im Reinen mit mir selbst, habe eine tolle Familie, mir geht es gut, ich schaue nicht auf andere, ich bin nicht bei anderen. Ja. Es ist auch nicht mein Humor, so, also, es ist. Aber schau, das ist gelogen. Du schaust dich auf andere, das ist gelogen. Also, du schaust dich auf andere im Sinne von, wie groß sind die, aber du schaust schon hin, was die machen. Ja, ja. Weil du bist so ein Comed, du bist so ein Comed, du guckst. Ja, ich bin schon interessiert. Also, ich schaue mir tatsächlich, also, ich bin da ganz ehrlich, ich schaue nur bei Leuten, die ich lustig finde. Also, wo ich sage halt. Du guckst dir jeden erstmal an. Nein. Erstmal? Nee, also, erstmal den Auftritt, meinst du? Ja, wenn es interessant aussieht, nein. Newcomer ist Newcomer, du weißt nicht, guckst nicht erstmal so, zwei Minuten, dass du weißt. Wenn irgendetwas zufällig passiert, dass ich, also, nein, tue ich wirklich nicht. Maximal das Desinteresse, oder was einfach? Ja, ja. Ja, definitiv. Weil ich finde, also, es gibt halt wenig Comedians, die ich gut finde, die ich wirklich lustig finde. Ja, klar. Und die schaue ich mir an, da konsumiere ich Auftritte. Viele Leute, die ich seit Jahren kenne, ich weiß nicht, was die auf der Bühne machen. Krass. Nee, mach ich nicht. Das ist halt auch wieder das, das ist halt auch, viele sagen halt immer wieder, ich sei ein Comedy-Nerd und dies, das. In der Szene kenne ich sehr wenige und ich schaue mir sehr, sehr wenige an. Ja. Erstens Desinteresse, zweitens, also ich muss schon gehört haben von dem, der ist lustig, schau dir den mal an, dann nehme ich mir die Zeit und schaue mir das an. Ich glaube, dass mit dem Nerding meinen die einfach, dass ich mich mit der Technik gut auskenne. Genau. Aber in der amerikanischen Szene gibt es halt viele, die ich feiere, da schaue ich mir auch die Specials an, aber in der deutschen Comedy-Szene, glaube mir, 90 Prozent der Comedians, die ich kenne, ich weiß nicht, was die auf der Bühne machen. Ich habe mir nichts. Das ist krass. Ich schwöre es dir, ungelogen. Das ist wirklich krass. Ungelogen. Ignorant kann man sein. Das ist wirklich krass. Ich habe halt, also nicht, weil ich sie nicht gut finde oder sonst was. Das weißt du ja gar nicht. Ja, das ist es. Aber wenn sie gut genug sind, hörst du schon davon. Genau. Und wenn sie gut genug sind, zum Beispiel Alex Stolt. Ja. Irgendwann hörst du von dem. Genau. Ich habe von dem gehört, der soll gut sein. Habe ich mir die Zeit genommen, habe mir den angeschaut. Geil. Sehr gut. Geiler Typ. Geile Kunde. Hast du von, wie heißt der immer, Simon Mann, hast du von dem gehört? Nein. Simon Mann. Ja. Der sieht richtig aus wie ein Comedian aus. So ein kleiner, so ein kleines, pummeliges Butterface. Sieht richtig aus wie ein Comedian. Ist clever, wie die meisten Comedians und ist richtig, ist richtig lustig. Simon Mann, dann schaue ich mir den an. Ja, guck dir den an. Wenn du den bei Open Mic mal siehst, den kann man sich mal geben. Zum Beispiel Open Mic. Ich kann mir keine Auftritte anschauen. Also erstens, es tut mir leid, bitte auch Kollegen, versteht das nicht falsch so. Ich habe halt. Doch, versteht das ruhig falsch. Maximales, also das klingt vielleicht ein bisschen hart so, ich habe halt so ein bisschen hyperaktiv so. Also ich kann, du musst schon mich mit dem ersten Satz catchen, dass ich dranbleibe so. Also du musst mit den ersten Satz. So zwei Minuten, zwei, drei Minuten kann man jedem geben. Ja, kann man, aber zu mir muss schon durchgedrungen sein, der ist gut. Dann setze ich mich da hin und schaue mir das dann auch an. Weil, aber es gibt, ich will ganz klar versagen, es gibt unglaublich viele tolle Comedians. Es gibt einige, die ich feiere, die ich gut finde, die ich persönlich sehr, sehr gut finde und wo ich mir sage, ey, schau dir das an, das ist geil. Die schaue ich mir auch immer wieder an. Ich feiere das, ich konsumiere das, aber die meisten, weder die Zeit noch das Interesse, noch, ich habe Frau, Kind und, also ich habe, ich habe das auch alles, aber ich denke mir so, ich will halt, ich habe fast zu allem eine Meinung und ich will, wenn mich jemand fragt oder ich will nicht einfach über jemanden lästern oder jemanden gut finden, ohne das gesehen zu haben. Also ich bin halt zu sehr Meinungsmacher oder Meinungsmensch oder mache Leute gerne runter und wenn dann jemand sagt, warum ist das so und so, ich habe dich auf der Bühne gesehen, ich muss immer so, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Oder das ist gut, ich habe das letzte Mal, war ich in Wien, wegen Solo und einen Tag vorher hat der John Smile, der hat in Wien, hat der so ein Open Mic moderiert, übrigens überragend, ey, für mich die schönste Open Mic Location, die ich jemals gesehen habe. Echt, ja? Heißt das auch Wiener Comedy Club? Scheiße, weiß ich genau, wie das heißt. Also wirklich, du denkst, du wärst in Amerika. Das heißt, in Deutschland gibt es das nicht. Also wirklich, wirklich wunderschön und ich sitze so im Backstage und da waren ein paar auf der Bühne und da ist so ein Mädel auf der Bühne und ich höre so und denke mir so, oh, ist das gut geschrieben. Das dachte ich mir. Und dann kamen die nach hinten, sah auch noch gut aus und ich kam so zu denen, meinte so, wie heißt du, Namen weiß ich jetzt nicht mehr genau und meinte so, ey, wie lange machst du das schon? Meinte, ja, ich habe jetzt ein halbes Jahr angefangen und so, meinte so, okay, meinte so, kannst bitte dranbleiben. Wir haben in Düsseldorf, in Deutschland haben wir Comedy Clash, wenn du dich ready fühlst, hat die mich angeschrieben, habe ich das weitergeleitet. Das ist voll selten und der John war da neben, meinte so, Bruder, noch nie gehört, dass er meinte, ja. So, Komplimente muss man sich auch verdienen. Ja, aber da würde ich halt auch sagen, Nisky John Smiley, super Moderator. Ja, alles gut, aber da würde ich halt, also, ja, Komplimente muss man sich, wenn diese Frau, diese Dame grandios ist, dann kann man ja auch, zum Beispiel, ich bin der Erste, der Comedians und Comedians Komplimente macht. Also, ich bin da der Erste. Zu Alex bin ich zigmal gegangen, wir haben eins live Hörsa-Comedy gespielt. Hammergeil. Ich feiere den, ich mag seine Kunst, geiler Typ. Ja. So, warum? Weil der nimmt Comedy ernst, der schreibt, der ist voll drin und ich feiere das, ich respektiere das, aber wenn du nicht drin bist, dich damit nicht beschäftigst und einfach dich auf, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen Talent oder ein bisschen Klamauk und so, also meine Ethik ist halt eine komplett andere. Alles gut, auch deine Daseinsberechtigung, aber dann schaue ich es mir halt auch nicht an. Ja. So, weil dann gebe ich es mir nicht und. Aber das war, das war nicht immer so, das Recht nimmst du dir erst seit 300.000 Followern raus, oder? Nee, seit, äh. Sehr ehrlich, seit wann bist du arrogant? Ist das Arroganz? Ich bin selber arrogant, deswegen kann ich es nicht beantworten. Nein, das ist, nein, nein, nein. Ich weiß es nicht, ist es? Das ist extra eine piekstende Frage gewesen, um zu gucken, wie du reagierst. Für mich ist es keine Arroganz, weil ich würde mich auch nicht als arrogant bezeichnen, ich würde mich als maximalen, warte mal ganz kurz, als maximalen Realist bezeichnen, weil, die meisten sind es nämlich nicht, aber wenn ich weiß, ich weiß zum Beispiel, Bad Rap, so, Comedy, so, ähm, Tisch aufbauen, nee, äh, Social Skills, nee, äh, Ordnung halten, oh, Sauberkeit, eh, Fußball, so, Sprachtalent, so, äh, im Club, wenn nur Schwarze da sind, tanze ich nicht, wenn nur Weiße da sind, kann ich tanzen, so, maximaler Realist, so, sich selber, sich selber einschätzen, ja, ja, das so, aber ich sag ja, guck mal, ich sag ja, nur, dass ich, nur weil ich mir diese Comedians nicht angucke, sag ich ja nicht damit, ey, ich bin so viel besser und so viel krasser, um Gottes Willen. Aber früher hast du geguckt? Ja. Nein, auch nicht, also ich hab, ich hab, im alten Mad Monkey Room hast du nicht geguckt? live, wenn die Open Stage gemacht haben? Mhm. Doch, vielleicht war ich da ein bisschen mehr, vielleicht hatte ich da ein bisschen mehr Energie, zu gucken so. Oder ein bisschen weniger Follower. Meinst du, das liegt daran? Ich denke mir halt einfach, also ich bin halt, ich bin halt, das ist auch ganz normal. Also wenn du größer, guck mal, wenn du, ich hab, ich hab früher, dober Vergleich jetzt, aber ich hab mit Battle Rap angefangen, ich hab mit Hints und Kunst Gespräche geführt über Battle Rap. Und irgendwann ist man so bekannt und so groß, da hast du nicht mehr die Zeit für, nicht mehr die Moves für, du hast auch durchgespielt, was soll jetzt noch passieren? Ich denke mir halt, ich hab halt nicht mehr diese Energie, ne? Ich hab halt, also ich merke halt, also eins hab ich in diesem Job gemerkt, ne? Deine Energie ist begrenzt, Alter. Du hast, also dein, da ist begrenzt. Also du hast, ich hab's noch nie als Job bezeichnet. Doch, doch, also für mich ist es natürlich Leidenschaft, ich liebe es. Du arbeitest ja auch richtig. Du arbeitest kommend ja auch. Das ist für mich auch ein Job, ist es nicht das, was ich auf der Bühne mache, das ist, na, Passion, Leidenschaft, aber bis zur Bühne ist es schon. Ich hab mal einen Arzt gefragt, ob er sich seinen Arztberuf so vorgestellt hat und der hat gesagt, ich hab's mir anders vorgestellt, hab ich gefragt, wie denn? Naja, ich wollte halt Arzt werden, um viel mich um die Patienten zu kümmern. Jetzt hab ich realisiert, 80 Prozent ist Bürokratie, 20 Prozent sind Patienten. Und so kannst du diesen Job auch ein bisschen umschreiben. Ich meine, Socials bedienen, Reisen, Bahntickets, hin, zurück, connecten, Agenturarbeit und dies, das, jenes. Und dann stehst du, wenn du eine Mixshow hast, 15 Minuten auf der Bühne. Ja. So, das ist Eskalation, Leidenschaft, Passion, alles bis dahin ist Arbeit. Ja. Du arbeitest bis zur Bühne, auf der Bühne spielst du. Ich mach's, also ich finde, du arbeitest Comedy, ich, ähm, ich bin auch nicht so groß wie du und nicht so erfolgreich, aber ich, ich feier Comedy noch mehr. Also für mich ist so, Freitag, Papa kann rausgehen, vorher ein paar Bierchen auf die Bühne, danach noch ein bisschen feiern lassen, das ist so für mich, und nicht Kamera hin, auf, was kann ich benutzen, nach Hause schneiden, schlafen. Sondern ich bin noch, also, nix ist besser, nix ist schlechter, aber du bist halt wirklich ein Comedy-Arbeitstier. Ja, Ne? Aber die Solos zum Beispiel zeichne ich halt nicht drauf, ne? Also da, also da gibt's keine Kamera, da gibt's gar nichts. Aber, als ob du jetzt, das Programm, das aktuelle, als ob du jetzt nicht irgendwas damit machen willst. Das musst du einmal aufzeichnen. Ja, also ich hab's, ich hab's im Admiralspalast aufzeichnen lassen, von einer professionellen Crew. Okay, war das gelatzt? Äh, war das gelatzt? Ungefähr? Äh, die haben mir einen guten Preis gemacht, ich glaub, 5000, sechs Kameras. Oh, stark. Top Firma. Auch bewegliche Kameras? Ja, alles, alles vom Feinsten. Also die hatten sechs Kameras mehr, aber das war befreundetes Produktionsteam, die haben das gemacht, tolle Arbeit auch geleistet. Selber bezahlt, das gehört dir? Genau. Und kannst du dann vermarkten? Genau, genau. Ich werde jetzt halt, wenn das Programm abgespielt ist, äh, werde ich halt 60 Minuten da rausschneiden. Mhm. Auch 60 Minuten, keine 70, keine 80, keine 90, 60 Minuten. Äh, rausschneiden, hochladen, bitteschön, gut, dass du fragst. YouTube? YouTube. Nicht Netflix, Amazon, irgendwas? YouTube, kostenfrei, bedient euch. Okay. Das nächste Programm. Du bist klar, weil du willst noch größer werden. Wirklich Streaming-Dienste gehen. Du willst noch mehr Views ranken, ja. Ich will, und parallel werde ich das Programm auch zerschneiden, in Reels. Ja, das musst du machen. Und halt die Socials, ja, dass die Leute auch mal wieder klarkommen, ah, okay, das ist Comedy. Programm, was die nicht kennen, was es nirgendwo gibt, ist gut, dass du fragst, nochmal hochladen. Und, ja, und dann geht aus Prinzip los im Herbst. Ich bin schon kräftig am Schreiben. Ja. Tour wird größer, wird pompöser, wird krasser. Aber kommen wir nochmal zum Wichtigsten. Wann mache ich bei dir jetzt Opener? mit so wie die Elektriker. Wann ist das, wenn du hast so ein Datum? Also, ich weiß nur, dass es im Winter ist. Aber dieses Jahr noch? Dieses Jahr. Okay, weil das ist ja meine eigene Tour wahrscheinlich auch. Ende dieses Jahres. Okay. Geil. Gerne mal. Aber was ich noch zum Abschluss sagen will, ist, weil du sagst, passt auch ganz gut das Übergang, weil du sagst, Arbeit, Comedy ist Arbeit und es zerrt schon wirklich und ich habe nicht mehr so die Zeit. Ist dir bewusst, wie oft ich dir schon geschrieben habe, Osan, übernimm dich nicht, machst du auch Pausen? Ja, das habe ich dir so oft gewaltt. Weil ich mache mir wirklich, das ist, ich habe mal jetzt, okay, ich mache es natürlich auch anders, ich feiere auch viel, ich trinke auch und so. ich bin da nicht so ein Profi, der so wirklich Arbeit hin und zurück, aber so, ich würde sagen, so fünf Städte in Folge, das könnte ich mit Acht und Krach, dass das Niveau nicht nachlässt, würde ich schaffen. Aber du machst so, du machst, eigentlich machst du zu viel. Ja, ja, also die gut, dass du fragst, Tor, die war krank, die war wirklich hart. Und deswegen haben wir jetzt mit meinem neuen Tourmanager, neuen Tourveranstalter ab Herbst, haben wir gesagt, gut, drei Termine in der Woche, Maximum. In Folge. Genau, dafür strecken wir das ein bisschen mehr in die Länge, weil ich brauche im Sommer keine drei Monate Sommerpause. Eigentlich bräuchst du dich schon, aber ich habe halt gesagt, zum Auftanken bräuchst du dich eigentlich schon. Wir haben jetzt, ja, wahrscheinlich, wir haben jetzt gesagt, drei Termine in der Woche Maximum und danach ist Schluss. Und die werden wir jetzt immer so verteilen, zwei Tage da, weil du, es sind ja nicht nicht zwei Tage, es ist ja auch Anreisen, Abreisen, aus zwei Tagen werden ja dann vier. Fünf. Und, ja, also mit der nächsten Tour, die Seele werden größer und die Anzahl der Tage in der Woche weniger. Du bist jetzt da, wo ich auch immer mal hin möchte, du bist da, wo voll viele Comedians hinwollen und, aber ich kenne das selber aus anderen, ganz viel, also ich habe jetzt auch eine erste Tour gespielt, das müsste eigentlich eine zweite oder dritte sein, von den, von den Kapazitäten her oder dass es ausverkauft ist und so, dass es nicht normal für eine erste Tour ist, aber auch wegen, äh, jahrelang vor Corona einen Hype gehabt, auch wegen Battle Rap und so, dass es spielt, da, da, ja, du bist mein Lieblings Battle Rapper, das weißt du. Das, das weiß ich auf jeden Fall, das weiß ich auch zu schätzen, ähm, aber darum soll es ja jetzt nicht gehen, äh, es geht darum, dass du jetzt da bist, wo voll viele, äh, sein möchten und, ähm, man hat aber nicht das Gefühl, dass sich das jetzt für dich erstmal so gut anfühlt, sondern dass es einfach nur so ein Zwischenstep ist. So, schön bis hierhin, alles klar, okay, Finanzen sind jetzt auch, muss ich keine Sorgen mehr machen, aber eigentlich will ich da hin. Null Zufriedenheit. Doch, also ich bin, also, da muss ich, äh, eine Sache, ich bin, also ich führe ein sehr privilegiertes und sehr, sehr glückliches Leben, das muss ich ganz klar sagen, meine Karriere läuft super. Seit zwei Jahren. Seit zwei Jahren, alles toll, so, ich weiß das auch wirklich, aus tiefstem Herzen zu schätzen, was ich habe, aber ich habe eine Sache in meinem Job, guck mal, ich, ganz einfaches Beispiel. Vor sieben Jahren, als ich zu meiner damaligen Agentur gegangen bin und wir, hat meine ehemalige Agentin mich gefragt, was willst du erreichen, wo willst du hin, was ist dein Ziel? Du hast gesagt. Habe ich gesagt, ich möchte, ich erinnere mich genau an den Wortlaut, ich möchte so groß wie möglich spielen. Ah, okay, ja? Das war, das war mein Satz. Gar nicht. Das war mein Satz. Äh, und mittlerweile über die Jahre, hinweg, man wird ja auch erwachsen in diesem Game, man wird ja auch realistischer, erwachsener. Natürlich, guck mal, von der Realität her, ist das größere Spiel jetzt näher als damals. Klar. Weil jetzt ist es greifbar. Voll. So, aber dennoch hat sich mein Ziel absolut geändert. Mein Ziel ist nicht mehr so groß wie möglich spielen, mein Ziel ist es, so gut wie möglich werden. Das ist mein Ziel. Lächterlich, glaube ich dir nicht. Ich schwöre dir bei meinem ungeborenen Kind. Glaube ich dir nicht. Ich möchte, du wirst ja kein Kind mehr bekommen, das weiß ich nicht. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe Admiralspalast gespielt, 1600 Leute ausverkauft, genial. Und dann habe ich dir vorhin erzählt, wie ich in Münster vor 120 Leuten gespielt habe. Da war mein Glücksgefühl viel krasser, viel größer als 1600 Leute Admiralspalast. Weißt du auch warum? Weil dein Glücksempfinden einfach mit den Erfahrungen nachlässt. Ja. Aber ein Glücksempfinden ist bei mir konstant geblieben. Und das ist, wenn ein Bit auf der Bühne funktioniert, was du neu geschrieben hast. Näh, ist gut für Hollywood, aber nehme ich dir nicht an. Und danach habe ich mein Ziel. Schön formuliert. Glaub ich dir nicht. Und danach, ich schwöre dir bei Gott. Das ist zu glatt. Und danach habe ich mein Ziel neu orientiert. Ich will auf die Bühne gehen, geile neue Bits, und dann kommt der Erfolg und das Große von alleine. Es kommt von alleine. Das ist zu glatt, oder? Alle nicken hier. 17 Leute hinter der Kamera, alle nicken alle. Es ist halt, weil das ist konstant geblieben. Samuel, du kennst es genauso gut wie ich. Ja, ich kenne das auch. Du gehst auf die Bühne, hast ein Bit. Digga, was für ein Gefühl ist schöner als das? Was? Genau zwei. Was? Es gibt zwei, es gibt, in meinem Leben gibt es vier, weil das fünfte kommt hoffentlich noch, wenn das Finanzamt irgendwann besiegt ist, aber es gibt vier, es gibt vier, die sind schwer zu staffeln. Ich glaube, das schön, nein, es gibt schon fünf, pass auf. Das schönste Gefühl ist, die Geburt deines Kindes. Okay. Das zweitschönste Gefühl, finde ich, ist, das ist ein bisschen, aber wenn du in eine Frau, die du liebst, kommst. Okay. Das, dann kommt ein Tor in einem wichtigen Spiel. Okay. Unfassbar, weil da lebst du auch noch eine Woche von, das ist so, oh mein Gott. Okay. Dann kommt, dann ist schwer jetzt Battle Rap oder Comedy, aber das Gefühl von einer krassen Punchline, weil das ist ja kein Lacher, das ist dieses, und der Raumplatz, das kannst du bei Comedy gar nicht schaffen. Ja. So, das würde ich sagen, eine krasse Punchline, und dann halt, wenn ich ein Bit geschrieben habe, wo ich weiß, ich fange an, keiner weiß, dann kommt der, dann wird kurz angetäuscht, und dann kommt Patsch in eure Gesichter und ist vorbei. Und natürlich, ich beziehe mich halt bei diesen Erfahrungen, die ich gemacht habe, ausschließlich auf die Comedy-Branche. Aber was sind deine Top-Gefühle? Natürlich, also Gebot des Kindes, natürlich, klar, natürlich, aber Privatleben beziehe ich halt nicht mit ein, weil Privatleben, da geht es jetzt um Bühnen-Gefühlen. Ich gehe nur, was den Beruf anbelangt. Da nehme ich, innen die Frau kommen, die du liebst, auch wieder zurück, wenn es nur um Bühne geht. Und wenn ich halt, guck mal, ich schaue mir halt alle Erfahrungen an, die ich gemacht habe. Ich habe, meine größte Show war, also 13.000 Leute, Langzess, XXL. Geil. Mega. Hammer. Geil. War aber nicht deine Show. War nicht meine Show. Genau. Aber mal vor 13.000 Leuten auftreten, geil. Aber einfach, ne? Es ist einfacher als vor weniger Leuten. Natürlich, klar. Wem sage ich das? Du weißt es genauso wie ich, wir hustlen beide, wir treten auf Open Stages aus, wir beide kennen es. Und jetzt, das Gefühl habe ich auf der einen Seite, okay, und jetzt mein größtes Solo, das wird Circus Krone, danach Tempodrom sein, Circus Krone 2000 Leute. Was ist das in München? In München. Ja. Und dann Tempodrom 2600 Leute. Krass. Geil. Top. Genial. Und jetzt schaue ich mir an, wie ich vor zwei Wochen ein neues Bit über Ariel, geschrieben habe, weil sie schwarz ist und bei Comedy vielleicht zum ersten Mal performt habe. Nichts toppt dieses Gefühl. Ja, weil, wenn ein Bit, wenn du den Bit zu Hause ausdenkst und denkst so, ah, ist es, ist es nicht. Genau. Und dann merkst du, das ist krass. Nichts toppt dieses Gefühl. Und jetzt habe ich gesagt, geil, Digga, ich hatte 1600 Leute, mein größtes Solo, Admiralspalast war geil. Aber Ariel zum ersten Mal performen, von Leuten, die das nie gehört haben, scheiß auf Admiralspalast, das toppt alles. Das ist wirklich absurd. Und das will ich, das will ich permanent. Und da habe ich mir gesagt, Digga, ich dachte, wenn ich Admiralspalast spiele, bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Ich war glücklich. Um Gottes Willen, top, super, hammergeil. Aber es ist ja kein Schwierigkeitsgrad. Große Ehre. So, große Ehre. Und ich habe auch noch zwei Wochen darüber gesprochen, top. Ariel, flecht mich heute noch. Weil es schwieriger ist. Ja, und das will ich. Und ich habe halt gemerkt, wenn ich das geil hinkriege, dann wird auch der Rest von alleine kommen. Dann wird Mercedes-Benz von dreimal aus verkauft, weil du Ariel zehnmal geil performst und zehnmal geil geschrieben hast. Und das ist halt ganz simple Erfolgsformel. Qualität, wenn sie krank und gut ist, setzt sich durch. Und ich möchte dazu sagen, sauber. Ja. Weil du machst saubere Komite. Ja, natürlich. Ich gehe selten unter die Gürtellinie, ganz, ganz selten. Aber nur, wenn ich da auch wirklich selber ... Vertraut mir nie. Wenn ich selber krank abfeiere, aber, und das ist halt meine Erfahrung, wenn ich alle Erfahrungen miteinander vergleiche, ist die Erfahrung, wo ich ein Bit zum ersten Mal spiele und die funktioniert, toppt einfach alles. Und das will ich. Ja. Genau das. Okay, du hast die Kurve nochmal bekommen, Alter. Ich glaube es dir doch. Das hört sich alles sehr geil an. Ich brauche dich auch gar nicht an neuen Projekten fragen, weil wir haben es alle schon gehört. Ich will auch, ich will auch gar keine Werbung für dich machen. Nein. Weil das bringt dir sowieso nichts. Obwohl der Podcast ist eh schon Werbung genug. Also wer dir jetzt nach den, weißt du nicht, wie lange das ist? Anderthalb Stunden? Also wer den Podcast jetzt diese Anderthalb Stunden oder was verfolgt hat, weiß eh, was ich von deiner Comedy halte. Dann kann ich nur zurückgehen. Ja. Aus tiefstem Herzen. Und das weißt du. Ich habe mich in deinem Solo krank gelacht, wirklich geil. Das ist auch geil. Natürlich ist der Weg ein bisschen schwerer, größer zu werden mit so einem Material, aber ich würde zum Beispiel niemals sagen, so groß spielen, wie es nur geht. Das wäre nicht mein Ziel. Mein Ziel ist, würde ich jetzt sagen, würde wären es so 2000. So. Und das ist schwer genug, schwer genug mit so einem Material, aber wenn es größer wird, dann wird es glaube ich zu sehr wischiwaschi. Egal. Du hast deine Etappenziele quasi schon erreicht. Dir geht es jetzt gerade gut. Du hast, der Mann hat sieben Jahre Scheiße gefressen und ist jetzt zwei Jahre am Ernten und ich hoffe, dass du irgendwann, wenn der Podcast weiter bestehen bleibt, in, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren nochmal wiederkommst und wir dann darüber reden, wie das Opening in der Mitsubishi-Halle war oder wie groß du dann spielst. Ob es dann überhaupt noch Instagram und Reels gibt, ob es dann nur noch um die Qualität geht, keine Ahnung, wo der Weg hinführt, aber ich bedanke mich vielmals für das sehr intensive Comedy-Gespräch. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Ah, vom Feinsten, Digga. Ich danke dir aus tiefstem Herzen für die Einladung. Sehr schön. Dann sagen wir hiermit Tschüss. Wir sind raus. Ciao, ciao. Geil, Digga. Vielen lieben Dank für die Einladung. War echt geil, Digga. Die Frage ist nur, ob das ein bisschen zu intensiv Comedy-Comedy war. Kann natürlich durchaus sein, aber kann auch wiederum nicht sein, weil wir geben ja Einblicke, die es normalerweise nicht gibt. Also wer gibt denn so eine Einblicke in die Szene? Aber soll ich dir was sagen? Du hast ja jetzt über 300.000 Follower und ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die hat auch so viele Follower, aber wenn die zum Beispiel sagt, die ist in einem Podcast oder da und da, da kommen da nicht so viele. Meinst du, das Interesse an deiner Person ist auch so groß, dass wenn du jetzt eine Story machst, hör mal zu, ich habe einen krassen Podcast mit dem, dass da ein paar Leute rüberkommen, weil ich denke mir zum Beispiel, das wird jetzt nur so 50.000, 100.000 Views machen, aber die, die es gucken, gucken es halt voll intensiv. Oder meinst du, da kommen von deinen 23.000 auch wirklich dick? Also ich sage mal so, ich habe ja viele, Videos auch im Netz, wo ich Fragen beantworte, weil ich habe ja zum Beispiel Frage-Antwort-Runden auch gemacht im Netz. Auf YouTube dann? Auf YouTube und auf, weil ich habe mich zum Beispiel in Hannover, habe ich eine ausverkauft, meine erste große Show, 1300 Leute, erste Show über Tausender, ausverkauft und als Dankeschön habe ich denen im Anschluss an die Show eine Frage-Antwort-Runde angeboten. Live. Genau. Wir hatten ein mobiles Mikrofon und das konnte rumgehen und jeder, der bleiben möchte, konnte bleiben. Das ist auch Krampung, ne? Genau. Und das haben wir dann gemacht und die Videos habe ich hochgeladen und die hatten teilweise mehr Klicks als die normalen Videos, weil du ganz andere Einblicke gibst zu deiner Person. Okay. Also deine Fans wollen auch wirklich mehr von dir wissen. Ja. Und ich habe halt gemerkt, deine Fans. Genau, meine Fans. Ich will hier sind die Fans. Genau, genau, meine Fans. Also meine Fans feiern, wenn ich einfach mal durch die Blumen hinweg irgendwie andere Themen bespreche, jetzt einfach nur als Comedy und einfach Einblicke in die Person dahinter gehen. Und ich glaube auch, ich habe dich ein bisschen gedrängt dazu, aber ich glaube auch, diese Erklärung von diesen Reels ist, ich will nicht sagen, die ist bahnbrechend, aber die ist für mich persönlich und die könnte auch für viele Leute, ist einfach super wichtig. Ja. Weil es wird noch nirgendwo von jemandem, der dadurch groß geworden ist, so auch gesagt. Für mich war es, als ich angefangen habe, ein Mittel zum Zweck. Ich weiß. Mittlerweile ist es wirklich Spaß, Leidenschaft geworden, weil ich so viel zurückkriege mittlerweile live in den Shows, weil die richtigen Leute kommen. Und ich sage mir halt, wenn ich dadurch meine Fans erreiche, wenn das das einzige Medium ist, womit ich meine Fans erreiche, dann gerne. Und ich akzeptiere das auch nur, ich muss es gar nicht amizieren, weil um mich geht es gar nicht, aber für mich akzeptiere ich das nur, Respekt zu dir, weil ich weiß, dass dein Programm besser ist als dein Crowdwork. Aber hast du dich von mir im Interview so gepusht gefühlt nach dem Motto jetzt oder gepikst gefühlt oder irgendwie so? Nein, definitiv nicht. Ich meine, wir beide kennen uns seit, keine Ahnung, seit sieben Jahren oder neun Jahren schon. Und ich weiß, wie du bist, du weißt, wie ich bin. Also, ich habe dich immer geschätzt auf die ehrliche Art und Weise. Du bist auch einer der wenigen, die mir halt ganz direkt Kritik in die Fresse geben können, wo ich dann auch wirklich ernsthaft darüber nachdenke. die es aber auch gut machen. Weil ich will halt nicht, dass jemand Kritik, aber oh mein Gott, vielleicht mag er mich nicht und dies. Nein, Digga, wenn du Kritik äußerst, äußere sie. Ich nehme es auch gerne an. Das würde ich auch nicht sagen. Genau. Und nee, überhaupt nicht. Also, war ein tolles Gespräch. Okay, nice. Tolles, tolles Gespräch. Auch das mit den Sachen zum Beispiel. Ich weiß ja, wo du gesagt hast zum Beispiel, du bist ja nicht so besonders bühnenaffin. Und du sagst, Digga, ich habe einen Modegeschmack wie ein Kaktus. Ich meine, grau ist meine Farbe. Das sagt schon eine Menge. Also, ich bin halt, ich bin halt null modeaffin. Ich mache mir auch nichts aus Mode. Für mich muss es praktisch sein. Und bin ich halt. Deswegen bin ich halt den Weg gegangen. Gut, dann ballere ich halt das Netz zu mit tausenden Videos, wo die irgendwann mal sagen, dass der Ruhst ein Jahr hat. Über Inhalt kommt. Genau. Und so soll es auch sein. Genau. Deswegen. Klar. Also, wie du halt schon gesagt hast, du musst halt auch wissen, wer du bist. Und ich bin halt nicht. Voll viele wissen das nicht. Genau. Ich bin halt nicht rote Jacke, Käppi umgelegt, yo, yo, yo. Bin ich halt nicht. Ich meine, in meinen Comedy-Shows 15 Prozent der gesamten Show thematisieren meine Herkunft, meine Wurzeln. Der Rest ist halt querbeet. Du hast so viele Tiere. Für mich bist du so ein Tierkomedian. Du hast so geile Tierverteidigt. Ja, ich habe Zwergkaninchen, ich habe Hund, ich habe, woher wissen die Rehe, dass die da über die Straße sollen? Und ich habe nicht so oft mit diesen, und weißt du, was ich mal versucht habe, zu Hause nachzumachen, dieses Geräusch, wenn dein Bruder keult. Nicht geschafft. Krieg ich nicht hin. Ja, ja. Dann klopfst du an der Tür, was machst du denn da? Das wird doch, das ist so ein geiles Eck da. Lauter, leiser. Anstatt aufzuhören, macht er immer schon. Ja. Ja, ist super. Ja, ja. Und jetzt mache ich mittlerweile Shisha-Geräusche nach. Okay. Mit Mikro klingt es aber geil. Das ist auch was. Aber mittlerweile zum Beispiel für das neue Solo aus Prinzip hat mich Bill Burr extrem inspiriert. Bill Burr, weil ich bin übelster Bill Burr. Ich auch. Ich feiere den. Für mich ist der Top 2, Top 3, Digger. Für mich ist der sogar technisch. Den habe ich auch live gesehen. Ja, der ist krank. Was ist der? Der actet halt krank aus. Ich finde, der ist gar nicht so. Ich finde, bei dem kommt mir das vor, bei Bill Burr kommt mir das vor wie so ein richtig Realer. Also das ist der Privat genauso. Ja, ja. Und das, was mich halt so inspiriert hat, der redet. Das ist halt schön so ein heftiger Act-Out, wo ich denke, wo er nur, er steht da, seine Hand ist da. Aber das musst du erst mal drauf kommen. Genau. Das musst du erst mal in dem Moment. Und vor allen Dingen musst du das knallen in dem Moment. Ich habe mir sein letztes Special angeschaut, Live at the Rocks oder so. Ja. Das fand ich, ich fand Paper Tiger war sein ganzes. Das war, das ist anormal. Paper Tiger sollte die Giebel der Runde sein. Da ist aber so, das ist zum Beispiel ein Special, es gibt so manche Specials, da ist so, kennst du, es gibt so Specials wie von Jim Jeffries, wo ist dieses eine Ding, wo ist das Jim Jeffries, wo das eine Ding mit dem, mit dem, ja, Bear. Bear. Waffen, Waffen, Gun Control. Genau. Und bei Bill Burr ist halt dieses Ding mit Elvis Presley, meine Freundin ist schwarz, aber dann würden wir jetzt nicht so schnell fliegen, ist so dieses, oh mein Gott. However, das ist halt so genial. Und das habe ich, da habe ich mich halt inspirieren lassen, dass, ey Digga, acte mehr. Konzentrier dich nicht so unbedingt auf Text, Text geil natürlich, aber visualisiere auch den Text mit Körpersprache, dann wird es nochmal lustiger. Es gibt halt viele verschiedene Ebenen, Text, körperlich, kombiniere es, mach es bei. Du bist so ein Minimalist, Alter, ich ziehe keine Fratzen, ich bin auch nicht laut, aber ich habe mir auch vorgenommen, weil der Felix mal zu mir meinte, was sind Kritikpunkte an meiner Comedy, meinte er, du hast zu eine kleine Range, weil ich bewege mich keinen Zentimeter, es ist quasi immer dieselbe Vortragsweise, es ist super trocken, klar kommen die Punchlines immer aus dem Off, aber diese wirklich bewegen, Act Out ist halt noch ein bisschen schwieriger. Aber ich garantiere dir, wenn du es machst, wird deine Comedy nochmal geiler. Weil, weißt du warum? Warum? Weil man das nicht erwartet. Man erwartet es nicht. Man erwartet es nicht. Aber dann darf es halt nicht cringe sein. Genau, dann darf es nicht cringe sein. Digga, Bill Börr, wenn du den siehst, erwartest du es doch auch nicht. Ja, jetzt ja. Ja, jetzt ja, genau. Aber jetzt stell dir vor, du kennst ihn nicht, du siehst ihn zum ersten Mal, da erwartest du ihn nicht. Ja, ist ja. Wie im Leben. Und deswegen ist es doch noch krasser so. Ich meine, ich habe halt gemerkt, Act Out müssen halt punktgenau sein, müssen halt on point sein und wenn es cringe wird, wird es scherzend. Und das ist nochmal eine neue Schwierigkeit. Ja. Aber egal. Ich gehe auf ganz normal.